Und hier sage ich mal ein herzliches Willkommen zurück mit den drei Idioten die vor mir sitzen und logisch mit mir wie immer und dann sage ich mal mit ein herzliches Willkommen an die drei an der linken Seite von mir ist äh Kriegsmeister Hallo in der Mitte vor mir JJ äh was hi und an der rechten Seite von mir der Spasti, Justin immer wieder nicht auf der Bank sitzt äh da muss doch die so fett sind das sind so aus wie hier drei Weihreuse die gerade auf einer Bank sitzen Alter da sind so in der Haare und so schütteln aus Alter was ist? äh was wirst du mit dem Krippel? was wirst du mit dem Krippel? ne jetzt fängt das schon wieder an ey guck mal hier hier liegt noch eine Leiche von Messern guck mal wir haben Nahrung irgendwie hol mal Oxrian und mich schneid mal deine Haare ja? okay du siehst wo dich wie ein Urmensch aus ey guck mal Messer hat nur Lebenspunkte aber drei verfügbare Punkte was hat denn der eigentlich? wie viele äh was sind denn das jetzt eigentlich? wow Messer aus 65 du brauchst ein bisschen mehr Leben sehe ich gerade du hast ein bisschen wenig Leben äh Messer was machst du du bist das ja mit 65 ah ja ich kann mich noch daran erinnern dass ich beim letzten mal so sozial war und ich habe euch ähm doch Feldflaschen gemacht was ist mein Körper in Ruhe? die habe ich schon mein Körper in Ruhe was mein Körper in Ruhe der ist weg ne die sind ja die sind ja im Trappi-Körper dort drinnen der ist immer noch hier mein Körper ja guck mein Körper hier so da können wir mal schon mal den Fabrikator wieder nachbauen haben wir die Rohstoffe noch dafür? ey so da haben wir schon mal drüben einen kleinen Fabrikator Schexkörper so wir bauen noch Zement da können wir noch eben bauen habe ich noch Schettin oder sowas? ich muss mal gucken ah ich habe noch Schettin warte äh dann war das hier brauchen Steine wir haben mal Steine abbauen boah ist da viel verdoppens Fleisch von dem müssten wir ein paar Narcos machen ja das ist aber dann alles nur neu das ist dann na gut ach so äh eine kleine Änderung auch an den Stats Essen und Nauern ist jetzt sehr geringer also man verbraucht viel viel weniger Essen und viel viel weniger Trinken geil äh Ausdauer ist äh weniger verbraucht jetzt wenn man halt sich schneller jetzt oh nice also Nahrung ja Heilungsgeschwindigkeit ist besser bei den Dinos und bei den Survivoren also heißt es automatisch wenn unsere Dinos verletzt sind dass die sich schneller heilen Ausdauer verbraucht ist bei den Dinos auch gering also also und Nahrungsverbrauch ist bei den Dinos auch gering also das ist mal eine ganz blöde Frage weißt du wo ist mein Petri der ist oben da ist der rechts nein oben steht nur we did a pretty good job und verkehrskreis verkehrskreis xd dann keine ahnung wo deine abgepackt gestert hast doch als ob ich jetzt mal Petri zoomen muss ah meiner steht hier unten ich weiß nicht wo du geparkt hast letztens ich flieg mal kurz auf die Basis wobei ich sozial bin so ein Metall haben wir noch da können wir mal ein paar Rohstoffklemmen nehmen oh Gott ist der schnell was jetzt brauche ich mir so schnell ne Ahnung achso ne ich hab noch ok ich hab ihn gefunden er ist auch oben auf dem Dach drauf pfff ernsthaft er steht da drauf ich trage dich hoch ach stimmt jetzt wird mir sein Name angezeigt äh ich steh hier wo hinter dir achta ja ging doch mal greifen oh scheiße dann ne na ne ich lache nur zu spät du holst ja gerade Stein ne ja warum soll ich noch irgendwas anderes ja ich wurde wieder runtergebracht hey kleiner warte ich pfeift mein Petri hier runter na so ähm was brauchen wir noch ja es wäre lust gewesen wenn er sich jetzt bewegt hätte äh so Öl brauchen wir Metall haben wir hier Kristall soll ich das Stein in diesen Steintohl rein machen äh ne tu es in dein Petri rein du tust dein Petri jetzt entleeren und du tust den ganzen Rohstoffe über dir rein hört wirklich wir ziehen um warte ok ist dein Petri leer muss doch mal gucken also mit kleiner Info habt ihr die Audios angemacht ja natürlich diesmal hab ich diesmal hab ich dran gedacht ne ne ich frag noch Sicherheitshauer nach ähm ok mein Petri hat nix drin ach der hat doch Schettin drin nice ja dann lass es drin soo Kristall hab ich hier sowas ist in dem Fabri noch drin warte was kann ich denn noch mitnehmen schon mal gucken uuuuuh uuuuh alle Petri sofort runter alle alle die Bäume sind da drin oder was willst du nicht ja wo Mike Petri steht Moment so Zement haben wir hier noch ein bisschen Stein äh ey hier ist ein Schwert drin das muss ich zurücklassen hab ich ein Schwert hab ich ein Schwert oh nö hab ich nicht oh jetzt hör damit ach doch ich hab doch dieses diesen Skin auf dem dem Schwert wo ist dein Skin auf dem Schwert was ist gehen ich stell mal n Petri mal auf hier so stehen bleiben äh tu mal Essen äh aus dem Rex rausholen bitte dass du zu oder geh mal gucken wo du noch Essen drin hast das musst du einen Flash äh in deinem Petri drin haben ja warte ich geh mal aus dem Rex was raus sagen wird ja hoffentlich genug Petri wow so dann kommt das hier noch rein Sternenstaub das kommt hier noch rein Benzin kommt bei ihnen rein die Armbrust kann rein bei ihnen die kann er behalten ist das hier äh ist das hier äh hä was wärst du ernst auf dich den Vogel wir werden von der Hashtag wir werden von dem Geist verfolgt ja 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 very nice es haben alle bescheuerte Namen außer Nick Außenseiter aber der Name wird nicht komplett anzeigen ok wir werden in der Nähe ist ein Bolner also gut war ja du druchst du noch ein wuhh skins gewirr bleiben brauch ma nich ich dach grad grad ich dach grad grad hier ich dach grad hier J.J hat bock nee es Messer hat der hat Box ich lass uns nachts ja auch mit der Boxhandschuhe an warte mal Ja, wenn du nur diese Dinger hast und so was hast, hast du die Box-Anschuhe an. Das wär lustig. Oh, im Kühlschrank ist ja auch noch was. Können wir uns auch noch mal was rausnehmen oder nicht? Drecken, ja. Wir können ganz viel Essen mitnehmen. So. Mann, ich hab jetzt einfach mal 5,30 Pack. Hör mal einer mal an Petry vor mir, stell mal bitte. Ah, warte, ich komm mal. Warte, ich komm mal. Nee, ran, danke. Bitte. Okay, schaffst du auch nie das Gewicht. Usch, nee, warte mal. Wie viel hat denn der über? Boah. Ich hab mal nicht das Gewicht gelevelt. Okay, jetzt kann er wieder. Ist aber jetzt alles dabei? Ja, ich kann was rausnehmen. Okay. Ja. Warte, du bist noch nicht fertig. Setz dich drauf bitte, ich muss dein Gewicht mit mir mitrechnen. Du bist fett, genauso. Hm. Also das ganze Faser und Zeug müssen wir doch nicht mitnehmen. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Bist du auch, äh, oben. Dein Petry ist oben. Ja, bitte runterkommen mit ihnen. Okay. Ich bin jetzt maximal mit Steinen. Ja, okay, Steine kannst du jetzt wegschmissen, weil ich hab noch welche gefunden. Bro. Ja. Äh, Cheche, bitte mal auf deinen Petry komm. Danke. Ich weiß, dass ich zu fett bin. Ich hab zu viel dabei. Auf dein Petry bitte. Danke. Ja, ich setz mich auf meinen Petry. Und bei dir jetzt, Zombie? Ah. Ach. Wir werden von einem Geist-TV verfolgt. Geist. 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 Ja. In 있는데. Schnell, Schnell, Schnell! Mein cooles Schwerz! Bleib mal bitte auf dein Petri sitzen, ich muss dein Gewicht mit berechnen. Ja, ne, ich hab nur meinen Stein rausgenommen. Ich hatte noch 500 Steine gehauen. Mann, bin ich Toxic. Mh, der Zuckerstange ist irgendwie cooler. So, sind alle voll. Ey, ich bin der Fackel, Mann. Hört die Fackel an. Ich hab keine Fackel, weil ich hab Wunderkätze. Wie das aussieht, der Wunderkätze. So, Generator kann aus hier. Benzin kommt mit. Ah ja, hier haben wir noch Benzin. Metall Benzin, Metall Benzin, alles Mögliche. Ja, die ganzen Blauflauten nehme ich schon mal mit. Ich hab's schon. Mein Liebflieger wenigstens so gut ich hab dann nix. Das ist das cool daran. So, könnt ihr fliegen? Ja, ich kann fliegen. Ich kann auch fliegen. Okay. Der Rex? Vergammelt er hier? Den hol ich später mit dem Pokéball ab. Den hol ich später mit dem Pokéball ab, genauso wie die Dodos. Ja, die Dodos, Alter. Scheiße, die Dodos. Ey, die können wir doch so... Tiffany! Die können wir doch auch mit dem Vogel der Hand halten. Tiffany kann verrecken. Tiffany bleibt das. Tiffany muss da... Überleben. Fanny ist das Markensymbol. Dodo. Mein Dodo. Dodo eins hab ich. So. Ich kann nur wenigstens auch fliegen. Der Dodo ist nicht so fett. Die Dodos müssen mit. Den Rex hol ich aber mit dem Pokéball, Alter. Guck mal wie das aussieht hier. Der Dodo sieht voll niedlich aus. Ich hab nicht gesehen. So, Ladies, let's go. Welche Richtung willst du? JT weiß schon wo ich schon ungefähr bauen will. Hab ich's ihm schon gezeigt. Wow. Cool. Ja, warte mal kurz. Du wirst schon losgeflogen als wir noch an der Basis hocken. Wir müssen einmal aufschließen. Ich bin in den Trage kommen, ich hab mal zugehört Mein Wunder Ich hab leider nicht den Petri aus Primitiv Plus Der wär super So, hier lang müssen wir ungefähr in die Richtung Aber guck mal, jetzt gibt's ja Loot Ich seh's schon kommen, wenn wir dann alles aufgebaut haben, wir wechseln die Basis Nee, wir haben uns gar nicht aufgebaut, dann kommt so ein Racks vorbei Nee, ich hab mir das immer noch eigentlich so überlegt Ich hab jetzt eigentlich das noch überlegt, der Grund ist, weil wir ja die Läden eigentlich wollen haben Deswegen hab ich mir eigentlich überlegt, woanders zu bauen Und das würde ich auch gerne lassen Okay Ah, was mir auffällt, hier gibt's jetzt Lootstrahler Ja, vielleicht sind die Primitiv Plus nicht dabei Ja, hab ich auch bei der Island drin Ja, ich hab Tiffany mitgenommen Ja, ich hab Tiffany mitgenommen Ich war so dreist Oh mein Gott Ich muss gegen seinen Petri fliegen, das ist aufgefügt das Vieh Mhm Du hättest an Racks kröpfen können Hättest an Racks mitnehmen können Unsere Todos sind viel cooler Genau, ich kröp den Racks einfach mal so Genau, mach mal Bescheid, dass ich nicht zu viel den Racks Ich fahr's das bei mir mit Ausdauer Jeder mit einem Bein, dann ist der Kopf über, das wär lustig Okay, hier unten kann man landen Ach, hier willst du bauen Okay Nein, erstmal landen Wegen Ausdauer Äh Ey, warte mal, aber da noch ein Todo? Ne, schade Wir haben nur, äh, zwei Todos gerade Ich hätte ein Messer noch entnehmen können Das hört nischt Haben es auch Was soll ich mit dem... Was soll ich mit dem Do-Do Ach, benutzen To-Do tragen Ja, Spaß haben Bisschen rumwerfen, Baseball spielen Für einsame Nächte oder wie? Genau Sehen wir mal, da hast immer ein Do-Do zum Kuscheln Hehehe Ähm JJ braucht das nicht, er hat seine Tiffany Na, ich brauch mir nicht Tiffany Ich darf ihn ablecken Ich darf ihn ablecken Ich darf ihn ablecken Jep Ach, da... Haben wir nicht da oben Kristall gesucht? Nein, oder? Ne Ne Ich? Ne Ne Wie wenig hast du bei dir drin? Ich habe ein bisschen mehr Gewicht als ihr Das kann natürlich auch der Fall sein Ich habe auch viel Gewicht So, und jetzt? Ich habe nur was geguckt Ich habe nur was geguckt Ich habe den Do-Do hast drin Ladies, willkommen zu Hause Ich habe den Do-Do Ich habe den Do-Do Ich habe den Do-Do Wir brauchen jetzt ein Luftschiff So, wo genau? Einfach hier. Wo willst du denn jetzt genau hin? Nick. Also lass das komplette Gebiet hier. Wollen wir hier drüben bauen? Stell ich mal hier hin bitte. Chai-Chai, du hier hin. Okay. Und ich hab Tiffany fallen lassen. Chai ist auf die Front jetzt, faddle ich sogar. Sie schwimmt an der Hand. Komm mal, stell ich mal hier hin. Lass sie mal los. Ah, die hat hier schon eine Ausbildung abgeschlossen. Sie kann das. Kost. Stell ich mal hier hin. Bitte. Wo? Da. Komm mal. So, Meister, du kommst gleich zu mir. Du stellst dich hier hin. Und Justin, du stellst dich hier hin. Justin? Ja? Stellst du dich hier hin? Ah, gut. So, genau hier hin, wo ich stehe. Genau, bam. So. Meister, du musst jetzt deine Position zeigen, ob ich weiter weg komme von dir oder nicht, weil du bist weiter weg von uns allen. Du musst stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Ja, du bist bei mir auch schon zu weit weg. Okay, also bis hier hin wird's gehen, oder was? Ja, bis dahin geht's. Messer, bei dir? Ich bin grad... Oh, fuck! Ich bin grad zu dir geportet worden. Oh mein... Ja, versuch mal hinzufliegen. Versuch mal hinzufliegen. Okay. Du mal. Da will ich den Vieh angreifen, Nico, oder? Nee, doch nicht. Das war ich. Wo, wo... Nee, nee, da ist noch ein anderes Spiel. Wie weit kommst du weg? Ich bin hier... Also, ich bin... Ich bleib hier mal stehen in der Luft. So weit komme ich, weil alles andere wüsste schon bei Rot. Okay. Das war die Basis. Das ist die Größe der Basis. Ja, da können wir doch hier so eine Brücke bauen bei Luft, und da können wir so ein bisschen rüberlatschen. Das wäre lustig. Lass mich machen, ich hab was vor. Das... Also, von... Nein. Das ist die Idee schon. Wo du grad standst am Start des Wassers, bis hier oben komme ich hin, aber wirklich, das ist das Maximale. Und aus was? Aus Stein? Aus Holz? Hier steht das Maximale, wo ich von dir weggekommen bin. Okay, aber... Oh, ein Rex! Was ist denn der von mir? Stür den mal. Stür den einfach. Stür den einfach. Na, warte. Ach so, es ist gar kein Rex. Das ist ein Aro. Irgend so ein Alpha-Vieh. Ähm... Wie weit kommst du weg? Von jetzt? Also, ich... Ich flieg mal los, ne? Ja, das musst du mal mit dir mit testen. Klang mit Messer und Cheche. Ah, die haben Adjustment, Cheche. Dann hast du Cheche. Okay, hier ein... Also, ich hab da hinten, wo ich war, kein Problem. Bin um... Ich hab den... Okay. Okay, dann bin... Okay, dann kannst du weit fliegen, dann kann Messer auch weit fliegen. Ach, erst mal, du bist zu nah ins Wasser geklaut. Ich komm nochmal zurück, ne? Okay, dann, Ladies. Let's go. Dann fangen wir mal mitbauen. Okay. Okay. Dann lasse ich den Amt-Dodem hier sehen. Erst mal ne... Erst mal ne Hütte. Ey, der Dodo muss ja erst beschützt sein. Die Haupt-Dodem... Die Hütte baue ich ja, die Schlafhütte von uns ein. Höh. Was baut denn jetzt hier jeder? Wer macht denn was? Ich baue... Äh... Das könnt ihr aussuchen jetzt. Wer die Küche bauen möchte... Die Seite, wo Cheche steht, da ist die Küche. Wo ist Cheche? Äh, die Werkst... Äh, ja, warte, ich geh gleich an den Punkt zurück. JJ, wo die Werkstatt bauen? Wo Messer stand... Äh, die Werkstatt wollte ich nicht bauen. Messer wollte ich die Werkstatt bauen, das ist klar. Die Werkstatt ist das, wo Messer stand, auf der Seite. Also, wo du grad bist, auf der Seite. Genau, das ist die Werkstattseite. Und auf der anderen Seite kann sich jemand austoben. JJ oder Messer. Ich weiß nicht, was Messer machen willst. Willst du die Küche machen oder was musst du machen? Äh... Oh, der... Hallo? Er hat den Tod durchgetötet. Ah, nee, der Tod hat nichts. Der Tod hat den alle weggeklatscht. Nö. Nachdem, was möchtest... Was möchtest Jadier denn machen? Oh, Mann. Ihr beiden könnt auch gleichzeitig... Beides das Gleiche machen. Ihr könnt auch zusammenarbeiten. Ich hätte ja eigentlich vor, den wohnlichen Bereich zu machen, aber den will... Zombie ja machen. Ja, aber... Pff... Mh, was für ein Bereich? Die wohnlichen, also... So ein Wohnhäuschen. Wo gewohnt. Dann Tiffany ist im Wasser. Ich komme mir den Dodo da unten weg. Nein, du Mörder. Der Dodo ist ja nicht tot. Ich kann erst warm sein. Meine Arme sind rein. Ich habe den Arme weggekloppt. Ja, ja. Ich habe den Dodo jetzt. Ach, der ist da hinten. Ich habe mir jetzt den Dodo von dir geklaut, ne? Und Spino-Sattel kann ich machen. Interessant. Seine Feldfläche voll. Welcher Dodo war denn, dass der runtergesprungen ist? Ich hoffe nicht mal. Das war deiner. Meiner steht hier oben. Wow. Der sitzt bei mir. Wo ist mein Dodo? Ja, der hat gerade zum ersten Zeichen gefragt. Warte, ich bringe ihn dir zurück. Ja, bring ihn mal runter zum Wasser. Zum Wasser? Ja, wo ich gerade bin. Kann ich mich vielleicht aus der Luft werfen? Ne, das geht leider nicht. Das wäre so cool. Äh, okay. Äh, ich habe das jetzt an mir gekommen jetzt. So, wir bauen alles auf Steine, oder? Für Häuser. Äh, kann ich Steinholz bauen, wie ihr möchtet. Bei Metall willst du ja nicht, ne? Der Metall ist langweilig. Teilweise bei einigen Zorbern waren sogar Metall verboten, weil es den zum Abschmeln gebracht hat. Ist doch richtig so. Ist doch, äh, ist doch richtig so. Weil das so heftig geglänzt hat mit den Effekten, dass der Server das nicht... Also jetzt muss mir mal jemand verraten, was muss ich jetzt bauen? Was? Naja, Nick macht das Wohnliche, jemand muss die Küche und jeder macht die Werkstatt. Ah, mein Dodo hat ein... mein Dodo hat einen geilen Platz auf dem Berg. Hast du einen Nenni-Hügel? Ne, das ist doch ein Stein, ne? Ich... Aber ihr müsst sagen, wann ihr so weit weg von mir seid. Ne, bin ich jetzt schon. Ich laufe nur in dem Gebiet rum, wo ich die ganze Zeit war. Ja, aber wenn du noch bei mir aus stehe, wird's ruhig... Ey, mach sie kurz mit dem Vogel weg, Zombie. Willst du, Nick, willst du nicht lieber hier Holz draus machen? Oh, für irgendwas... Ich farm ab? Achso. Ich fahr mit der Axt ab. Achso. So, wir machen jetzt was. Der Vogel geht nur oben, dass ich hoch und runter komme. So, Nick, mach das Wohnliche. Was machst du, Jay-Chill-Messer? So, das muss zufrieden sein, weil ich würde am Tag bauen, nie wundern. Ich hab nur einen einzigen... Oh Gott, das war gerade der Sound-Bug pur. So. Nein, ich bin zu fett, ich kann nicht fliegen. Ja, du bist immer zu fett. Das war gerade mega schlecht. Lass mich in Ruhe. Jay-Chill, was willst du machen? Der ist gerade wieder AFK. Nein, ich bin nicht AFK. Na, was willst du jetzt übernehmen? Küche, Werkstatt oder was auch immer? Ich würde sagen, die Küche können wir an den wohnlichen Bereich gleich dran bauen. Hm. Die Werkstatt? Ach so, ja. Schleiche, Bruchkinder mehr. Hm? Ich hab heute die Wasserschleuchte weggehauen, weil wir doch Feldflaschen haben. Ach so. So, steil. Na, Nick hat zu wenig Holz bei mir eingepackt. Ah, ich will hier ein paar Bäume stellen. Und so, mir kann ich auf der anderen Seite das Wassers quasi bauen. Du kannst das ganze Gebiet, wo wir gerade waren, benutzen. Das ganze Gebiet hier. Also, was machst du jetzt da unten? Dann würde ich dann versuchen, nicht. Nicht? Du baust das Haus? Warum? Ach so, du baust es in Wasser, ich glaube, du baust es da oben. Dann mach ich halt die Werkstatt, wenn es so eine Runde ist. Dann baue ich einfach mal hier die Küche hin. Ja, ich baue jetzt einfach. Also, warte, wie ist jetzt der Plan, wo wir bauen? Das muss mir jetzt erstmal jemand verraten. Ich hab da jetzt nämlich durchgeblickt. Das Gebiet hier von dem See. Das ganze... Also, im See... Auf dem See wollen wir bauen. Nein, das ganze Gebiet um den See könnt ihr bauen auch. Du kannst jetzt da bauen, wo du stehst. Du kannst aber auch am Strand bauen. Ja. Wo ist mein Vogel jetzt? Ich sehe ihn nicht. Mein Vogel ist... Ich hab ne Idee, wie ich baue. Ich baue jetzt eine Küche. Okay. Okay. Messer, Werkstatt, dann was soll ich bauen? Du wolltest doch die Werkstatt machen, oder wer will... Haben wir mal die Küche machen, der hat sich... Ich mache jetzt... Dann mach du das Lager mit. Okay, also auf den Schränk. Okay. Du kannst das hier... Du kannst das Lager machen, aber richtig schön bauen. Wirklich richtig geil, was du kannst. Plus ne kleine Bücherei dazu. Ich will ne kleine Bücherei mit drin haben. Reicht eigentlich eine Bücherei? Oder soll ich mehrere bauen? Ne, richtige Bücherei. Achso, achso. Sozusagen so ein Raum, wo halt nur die Bücher drin sind. Ja, weiß ja. Achso, okay. Okay, da fang ich mal an. Kann mir einer mal helfen, ganz kurz? Ach, da hin. Ja, warte, ich komme. Mein Petri wird gemobbt. Was? Was? Oh, die Bank ist nur... Wie did the putty, good job. Nein, mein Dodo hat einen schönen Platz auf dem Stein. Ja. Ja. Oh, Gott. Oh. Der hat Luxus. Wir müssen auch ein bisschen sagen, wie weit ich fliegen kann, weil das Problem ist, ich bin... Ich kann so weit frei fliegen, wie ich will und das ist bei euch das Problem. Ja. Deswegen... Müsst du ja ein bisschen sagen, wie... Äh, ich werde schon mitgezogen, by the way. Oh, kannst du ein bisschen näher ran gehen, ganz kurz, weil ich will... Okay. Äh, Zami, wie groß willst du das Haus bauen? Das musst du wissen. Das... Nein, wie groß du das Haus bauen willst? Achso, puh, keine Ahnung, weiß ich jetzt noch nie. Okay, dann bräuch ich mal in einiger Entfernung. Äh, Meister, geht's noch? Kann ich noch ein bisschen weiter... Kann ich noch ein bisschen weiter ran? Weil jetzt sind noch zwei Bäume gebraucht. Ja, ich schwimm grad zu dir hin, weil ich jetzt im Wasser bin. Oh, sorry, tut mir leid ein bisschen, ja. Nee, kein Ding, ja. Nur ein bisschen. Irgendwie, irgendwie... Nur ein bisschen tut ihm's leid. Nicht ganz, nein. Aber du musst ja irgendwie... Ja, nur ein Millimeter. Weißt du? Sack, Stolz. Gar zurück zu... Will man fasern, ich hab so viele. Ich hab... Auch mega viele. Ich muss ja erstmal die ganzen Büsche wegmachen, um ja anfangen zu bauen. Nee, ich hab mit der Sichel ein paar gefarmt. Oh, stimmt, der Sichel? Hab ich eigentlich mal welche von uns gemacht. Ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte, glaube ich schon eine. Bin mir jetzt nicht sicher. Muss doch mal gucken. Wieso machte ich den Busch nicht weg? Ah, das Game schon wird da. Den macht er weg, aber den nicht. Ah, jetzt. Jetzt noch die Büsche hier weg. Und dann kann ich anfangen. Sollen wir so wie die... Sollen wir so wie die... Sollen wir so wie die... Sollen wir so wie... Sollen wir auch... Überlassen wir wie die Türen bauen, also... Oder sollen wir sie so zum Wasser hinbauen? Die Eingänge... Das musst du wissen, wie das Baum mischt das. Das musst du wissen. Also ich hab jetzt beschlossen, ich baue unten auch im See etwas zur Entfernung zu Zombie, damit wir von der Küche gleich schnell in den wohnlichen Bereich kommen und dort zu essen. Oh Gott, ich bin überladen. Wie viele Fasern hab ich denn jetzt? Holy shit. Viel zu viel. Na gut, das ist mein Fundamentel. Wow. So, meinst du kannst wieder zurück. So, dann kann ich nur sagen, ich bin ein bisschen weiter wieder an die hier ran. Was fehlt? Hm, Stein und Stroh. Ist ein bisschen blöd, ich weiß, aber kann man auch nichts ein bisschen ändern. Warum haben die das überhaupt gemacht? Was? Ja, dass du verpflichtet bist, einen Server dir zu kaufen. Ja. Oder einen Server zu mieten. Ich kann immer noch laufen, als ob. Immer noch. Hallo. Hm. Was fehlt jetzt? Stein fehlt wieder. Achso. Ich muss auch mal eine Bücher reinbauen, weil ich hier noch Baupläne hab. Nein, jetzt genau jetzt ist die Zeit abgelaufen von dem Ding. Geil. Und platschen lassen. Und platschen lassen. Okay. sind die das auch bei mir, mein Dodo schrieb ihn da los, weil ich den Stein weggemacht hab ja das ist normal geil Dodo nein Dodo, why you did a pretty good job why you did this man why why not oh no oh, keine Ahnung ah nee, ich wollte doch schnell auftauchen sonst was ertrink ich kann man eigentlich die Dinger machen ach ja, ach ok hm 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 was meinst denn du? ähm hier die die guten Betäubungsfall hier die letzten 90 ich will es Gott ich habe so viele Bären also falls jemand Narko-Bären braucht ich habe ganz viele ach so wenn du hier Messer die Werkstatt noch brauchst oder nicht hier Mörser und sowas so muss ich mal von oben angucken womit blödmann 25 Stück habe ich so wo fange ich ihn an zu bauen machen wir das hier oh ich weiß schon wie ich meine Hütte bau äh wer hat denn heute welcher Petri ist heute alles drin ich glaube das war meiner ich glaube das war meiner nee nee die meiner drin noch ein bisschen drin das habe ich auch schon rausgegangen ja meiner hat gar nichts äh meinen ist gar keins ähm Nick du bist weit weg ja so komm mal ganz erstmal näher ran ich muss ganz erstmal ja jetzt geht's schon es geht gerade gerade geht's okay aber ich muss auch mittelfarm nehmen weil das ist das Problem ja das ist gut stein weg stein weg was brauche ich denn oh Holz gibt's ja kein Holz gleich da vorne einer muss bescheid sagen wo ich so weit weg bin hm ja das ist doch etwas zu viel ich so hoffe die anderen beiden auch so leid sitze sind also beim bauen so sich alle konzentrieren hier immer doch ja ich genieße das Wasser das wird uns wenigstens ein was Gutes ich war gerade am Baum fallen ich war aber gerade beim Baum fallen und mit dem Wasser gelandet oh das musst du ein bisschen sagen wenn ich weiter weg bin das musst du vor mir das ist auch ein bisschen doof für dich weißt du du brauchst ja selber auch nein das ist aber für euch beiden das scheiße hier oder ich versuch ganz seit man no shit ich will eigentlich ich hab das relativ am Wasser gebaut und ich wollte da ran so ein ich wollte ein kleines muss ich das hoch wegreißen und wieder Holz rein müssen wir bei mir in der Nähe bleiben no das gibt es doch nicht nicht hoch nicht hoch nicht hoch runden bleiben okay nein runter mit dir genau nein nicht hoch runden runter nein nein Achtung ja jetzt geht es wieder nicht ins Wasser fein genau geht Sami ja ich darf alles nochmal abholen warum weil der boten hier die erhöhungen sind und da kann ich ja keine fundamente mehr hinsetzen kann ich mir doch das in den boden rein bauen nein geht nicht ja okay ich hab dann geaktiviert dass man die wände im boden und die werte ja die fundamente die reinbauen kann ja noch einmal man zu sein habe ich sieben level bekommt er dazu muss ich dann muss ich weiter hinten bauen wir sind hier keine erhöhungen mehr die und war ich denke mal müsste ja das ist hier ein pferd ein ikus kein pferd anikos ich wo ist das lateinische pferd ein ikus wird ja man ihn kurs jetzt damit zu kurs gehen kurs wo ist das pferd ja kalab 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 und oder so lang ja ach du scheiße alle für die kettensäge 707 metall 353 353 elektronik polymer 1061 und zement sagen wir mal so viel brauche das ist was für eine kettensäge naja ja ich hab der dodo ey das sieht so cool aus warum müssen die blöden dinger denn die ganze zeit so leicht rauskommt das ist doch scheiße ja was meinst du die feiler das ist normal auch bitte ich brauche holz ich kann gar nicht mal bauen warum er weiß immer antauern den scheiß boden geht das will ich nicht es handeln immer scheißerhöhungen wir sind boden drinnen das will ich nicht ich werde das stein von der wenigsten sehen können ja hm oder ich brauche andersrum hm muss ich halt andersrum machen ja zum die kreuen du hm 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 das gibt es doch nicht ich habe mich zu hoch gesetzt der ... die Dinger weg hier das geht ja noch hier kann es nicht ändern das meinte ich ja guck mal Herro bist du ich wechse hier unten die aus ja hier hinten ist auch noch so ein Ding das musst du auch noch weg machen das ist ein Ding hier ja mach ich ja ich bin ja jetzt erstmal gerade am Hab's weg gemacht Ja bei mir ist das noch da Okay ich muss meine Hütte mal im Düsseldorf da rechts bauen Wo baut denn ihr jetzt gerade? Ich muss gerade mal gucken. Wo seid denn ihr? Ich bin links neben dir Ich versuch die ganze Zeit einem So und ich bau jetzt mal hier weiter Hi Hi Ich will nur gucken, keine Sorge Ich versuch das erstmal, keine Ahnung Quasi hier so ein Balkon ist erstmal Ja das geht gut Mach ruhig, ich guck nur nach Du brauchst nicht sagen was du was Ich will nur gucken Das Problem ist ich versuch die ganze Zeit die Tür zu drehen Aber das Spiel sagt nein Wie Tür drehen? Wie Tür drehen? Also das ist immer so falsch Wenn ich das jetzt zum Platz hier Ja ich hab das da jetzt hingestellt Das soll ja eigentlich Das soll ja eigentlich Ja nicht Das soll ja mehr Das soll ja einer der Balkon sein oder was Ja das soll quasi einer der Balkon sein aber Oder die Aussichtsplattform aber das Wie dreht man das gescheit um Ja Wie dreht man das gescheit um Mit Y Okay Du musst einmal anvisieren Einmal das ganz kurz das angezeigt wird dann Y Okay, danke Sehr schön So Messer, 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 Messer Ich muss einfach rutschen um hier sinnvoll bauen zu können Ne komm mal weiter ran Ich komm nicht an die Bäume ran Danke Hä? Komm mal Komm mal ne her ran Ich muss mal an die Büsche ran Ne, du musst immer noch zu weit weg Oh Oh Dämlich jetzt auf den Stein muss ich nach oben sein Was ist das? So, bei mir steht da das du 244 Meter entfernt bist Ich kann dir nicht weiter Wo bist denn du? Ich Ich bin bei mein Ich bin bei meinem Vogel und mein Dodo Ich kann dir nicht weiter Hä, dein Vogel ist hinter mir Ich kann dir nicht weiter Hä? Hä? So fern Und jetzt? Nö Wieso geht denn das nicht? Bin ich auf der richten Seite? Ich glaub du bist bei Ja, du bist falsch Ja, du bist auf der falsche Seite Falsche Seite Hier drüben steht ein Petri alleine deswegen von uns Das ist meiner Das ist JJ Ja, der ist mal auf die falsche Seite gegangen Ja, der Petri steht da Okay, jetzt geht's So kannst du erstmal bleiben Ja, bitteschön, dann Petri Ich bin schon überladen Okay Okay, Stein hab ich noch Ja, das müssen Oh, geil Ich kann 3. Stück machen Neh mich mit in dein Zauberland Oh Gott, ey Oh Gott, ey Was ist das? Wow Jetzt bin ich wieder mehr Was? Oh, kann ich gar nicht so verfarben gehen hier? Ne, weißt du, vor allem du hast mich so einen Meter vor meinem Baum Och, Zombie, warum farmst du nur da hinten? Hehehe Ich kann ja nicht unter der Sonne das anders finden Das ist das Ding Ach, auf der andere Seite Wo ich gerne noch aufarm bin Hehehe Meine Güte, ich muss doch auch irgendwie an Holz kommen Ich auch, Mann Kauf dir Holz bei Edeka Ja, ich glaub die haben nur Leben Hast du mal die Holzpreise bei Edeka gesehen, hallo? Na genau, der ist viel zu teuer Da kostet ein Holz 99 Cent Wahnsinnig bei den Preisen Viel zu teuer Kann ich mir auch meine Axt nehmen? Da regst du 76.000 in Holz Ich korrigiere, viel zu wenig Wow Zombie, ich hab mal, wie du vielleicht siehst, hab ich mal angefangen, einen Weg zu dir rüber zu bauen, damit wir das verbinden können Ja, ach so, jetzt überlege mal, wie kommst du jetzt hier rein? Ja, da baust du eine kleine Veranda rum Die extra Wünsche von den Ladies immer Ja Jetzt hab ich auch einen Eingang gebaut, guck Ich hab einen Eingang gebaut, guck Guck, hier ist ein Eingang Reicht der? Reicht der? Hehehe Ah, das wird noch lustig werden Das ist jetzt schon lustig Das weißt du doch Ich muss mit Zeitlupe fliegen Zwei, also ich räume, aber die werden von zwei Raptoren beschützt Und ein Alpha Krass Ey Zombie, wau doch mal, wir waren da runter Ich hab ein kleines technisches Problem Ich bin grad in meinem Menü, jetzt musst du warten, jetzt hab technische Probleme ich Vor allem die zwei Raptoren greifen grad einen scheiß Egel an und kriegen es nicht hin Was? 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 Oh Also nur mit der Dummheit pur Hm Hm Hä, was sind die Tore binden? Was? Was fehlt? Hm? Jetzt frag ich mich auch grade, was kommt Ach, das Holz fehlt Ach Gott, das fehlt ja alles Scheiße, ich muss mehr von allen holen So, Chat, ich komm gleich, ja? Ja, das klappt eh nicht, weil ich ja die Treppen nicht dann richtig verbinden kann Das, ja Ach Ja, ich kann das und Wenn ich hier weg mache, das ist eine viel zu große Lücke, dann ist das Problem Lol Einschlag Auf der Seite, wo ich bin Okay, Stein hoch noch Was sind die, die sich in Schinger hier, ooooh Gut, ich kann mich noch bewegen Jetzt lernen Okay Wie heißt das, komm mit der, äh, Holz, das neue Holzzeug, wie heißt das richtig? Ich bin mal kurz aufm Klo, ne, ich komm gleich wieder Ja Zombie, du hast mit nem Satz, hab ich's nicht mehr gehört Nee, ich bin grade am überlegen auch, deswegen, hä? Hä? Gibt's die Garni, äh, gibt's die Garni, äh, gibt's die Garni in Holz oder nur ein Stein? Die Doppeltüren Die gibt's eigentlich auch in Holz Ich finde die Garni, wie heißen die eigentlich? Kann jemand mal zu mir kommen und mir die drei Raptoren wegnehmen? Doppeltür Äh, warte mal ganz kurz, was, 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 was? Was kann man machen? Messer? Die drei Raptoren von mir wegnehmen, aber, okay Ich weiß nicht, wo du grade bist, deswegen Nee, die haben mich jetzt von mir abgelassen, aber ich wurde von drei Raptoren und einen Alpha angegriffen Oh Messer, ich hör dich grad ganz schlecht Ich hör ihn sehr gut Ich hör ihn Ja Ja Gut Ah, jetzt Ah, jetzt Ich hör dich wieder Ja, aber die wollen grad im Fehler So, sind wir wieder da Jo, fertig mit Kacken Ja Ja, das hätte uns noch ein bisschen länger gedauert, wenn ich das müsste Ja, das wollte ich nicht wissen Warum hast du dann gefragt? Hm, warum hast du dann... Warum hast du dann... Warum hast du dann... Ich hab nur... Ich hab nur von dich gefragt, ob du fertig bist Achso Achso Fertig Wohlt mich Ja Okay Oh Ähm, Justin Ja Ganz kurz, privat Ja Ähm Ich kann sie einfach So Jetzt wär ich zu weiß gelaufen Ja, okay Jetzt... Du weißt, wo du das eingeben musst Ich hab was gestern geändert Deswegen Ich saß gestern noch vier Stunden... Ach, ich hab... Du hast... Du hast jetzt den falschen Account geschrieben Ja, aber... Das Wort fängt mit P an Für Punkte Ich weiß jetzt, warum mein P-Dreh so schwer ist Okay Ich hab so viel Leder drin Leder drin Leder? Ja, Leder wie... Gar nix Ja Jetzt aufzureden Leder überladen Hey, hier ist ein Pferd Das ist mal nötig Ja, so ein Pferd Hey, so ein Wildpferd Ja, mein Inventar ist... Ich hab 90 Shichin Ich hab 90 Shichin Und über... 4.000 Leder Und Eis voller Fleisch Läuft Läuft auf jeden Fall 4.000 Leder, 4.000 Fasern Und irgendwie 500 Holz Oh, es wird Nacht Seh ich gerade Ne, es wird gleich wieder Tag Guck mal die Uhrzeit an Ähm... Ne, du bist wieder zu weit weg Oh, ich will ganz kurz... Ich komme... Okay, jetzt kannst du denn... Ich will nur die zwei Bäume haben Ich bekomme halt so wenig Bäume Das ist wenig Holz Nichtsdestotrotz... Ich hätte gerne da gebraut Aber es ging ja leider nicht Ah, Mann Hm... Hast du? Hm... Na, ich komme wieder zurück Okay... Ich lass mal den Vogel in der Nähe Damit ich mal wieder drauf springen kann Brauchst du mal Leder? Äh, den brauch ich dann, ja Leder? Hm... Ich brauch keinen Leder Ich auch nicht Ich hab noch mega viel in meinem Petri dran Ja, ich überladen Wie kannst du denn rausnehmen? Ich hab gar nichts Was brauch ich jetzt wieder? Ich brauch Holz Standard Shit, Wasser Stimmt... Ah, ich hab eine Feldflasche Juhu... Mann... Zum Glück bin ich zu gut und hab die gemacht Äh, was ist das? Du kannst drei Wochen ohne Essen Du bekommst drei Wochen ohne Essen aus hier Nein, ich trinken... fehlt Bevor du Holzfahrer... Wenn ihr in die Luft... Wenn ihr in die Luft guckt Habt ihr da auch so'n Lock raus? Bevor du... ähm... Nein Nein Ja, ich... Das ist hier wegen der Zone Ich doll ist nur das Ende der Zone Gart gewesen Ich hab keinen Wurf geguckt Da war... Nee, 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 ich bin nicht oben Ich bin da unten Ich hab einfach nur in den Himmel geguckt Da war so'n kleiner blau Einfach nicht hingucken Guck einfach da drin nicht stehen Das ist alles okay Okay? Okay Was fehlt? Ja, es fehlt nix Ja, ich brauch Fasern Ach, jetzt ist hier Geil Ey, Fasern hab ich ohne Ende Boah, Fasern hab ich auch ohne Ende Also, du kannst bei mir kommen, wenn du willst Ja, ich hab' ihn grad... Hab' so'n noch genug Fasern J.J. ich hab' so'n gefreut Endlich hätten wir uns zu Fasern los, aber nein Nein Oh, da war in nem Busch... Da war meine Busche hier schneller ist, hier Okay, das hat kein Vogel wahrgenommen Gut Hat noch jemand ein bisschen Holz für mich? Nö, ich brauch das selber Jeep 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 Ich komm' angeflogen mit euch Das nervt Ich glaub' ich müsste langsam mit Wänden anfangen Nö Nö Erstmal brauch ich hier Oh ja, die Hütte wird cool Zumindest in meinen Augen wird's cool aussehen Ich hoff' auch, dass es so wird Ach, wird schon I hope it for you Kannst du dann gleich rüberfliegen und dir das Leder abholen, was du brauchst Nö, dauert noch ein bisschen Okay, hier Kannst du sein, dass du das Leder reingemacht hast? Nö, ja So Weg mit dir Pöder Busch Oh Gott, von viel Hm Ah Was ist ne, was ist ne Jeep's Karte? Ich weiß auch nicht, was sie kriegen Ah, die Jeep's Karte Das ist einfach nur die Karte, also die Map nochmal Auf dem Plan Hast du einfach nur schon so aufgedeckt, sozusagen Genau Hm, okay Also nichts so besonderes Boah, viel, viel Fasern brauchen wir bei diesem Spiel, Alter Zu viel Ey, du kannst dich ne Fasern holen, Junge, ich hab wohl ne Ende Ich form' gerade Fasern mit der Hand schnell Nö, ich geb dir jetzt meine Ich geb Bock mal drauf Fasern Inventory Mach drauf Pilats für was anderes Du bist wohl sicher da drin zu landen? Nee, ich wollte dir jetzt nur die Fasern geben, aber ich wusste nicht, dass du oben bist Warte Jetzt brauch ich den scheiß Karkreuz Du willst erstmal die Fasern, oder soll ich sie dir noch nicht geben? Da ist das drin Oder ist da was drin? Ich hab genügend drin Ne, ich meine mein Vogel Oh, da ist auch Stroh drin, oh, das kann ich nicht Kann man einen Vogel überfüttern? Nö Was kann man überfüttern? Einen Vogel Ne, willst du meine Fasern? Oder? Du willst einen Vogel rein Okay Das wird jetzt werden jetzt aber ein bisschen viele Fasern Weil ich meinem Vogel jetzt 200€ Fleisch gebe Das ist ja nicht schlimm Und ich dachte keine Ahnung, dass die ihn schlecht werden kann oder so Besser ist zu überfürsorglich Und dann kann mein Vogel nicht fliegen, weil er zu fett ist? 28€ ist es weg, man muss weiter ran gehen Ah, okay, ich hab ja Ich hab jetzt 1600 gegeben Also bist du jetzt weg, oder wie? Ja, mit meinem Vogel Ah, okay Ich war grad erst mal wirt, okay Ah, ich liebe diese Ach so, da kann man sogar mehrmals draus trinken Oh, das wusste ich gar nicht Ja, dreimal Scheiße, dreimal Ah, dreimal Geil Und das ist das Haus schon, was ich baue Das sieht von oben aus wie so ein Schiff Ja, soll auch die Idee gewesen sein Ach so Ja Was brauchst du denn auch noch eines? Mast Ja, lass mich mal Ach, scheiße, hier der Vogel steht im Weg Vogel Wie ist jetzt hier rüber? Hier in die Ecke Und schäm dich Genau Jetzt brauch ich Stroh, Alter Wirst du mich verarschen? Hm Jetzt brauchst du mich Das, komm mal zurück Hey, ich hab doch Stroh Wirst du mich verarschen? Dann fehlt was anderes Scheißbüsche Weg damit Jetzt hör mal Schlau auf Y zu drücken Hm So, was brauch ich? Was? Hm, ist eigentlich schon zu groß Oh, ne, 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 es geht Okay Ah, jetzt bin ich, es liegt wieder zu weit weg Ja, weil zu mir die interessantesten Worte zum Holz holen geht Oh mein Da steht ein riesen Wald, die wir uns in die andere Richtung haben Zudem geht er zu den kleinsten Bäumen, die es hier in der Nähe gibt Ja, weil ich euch mobben will, weißt du? Ja, weil ich jetzt nicht an diesen Wald reinkomme und mir Holz holen Stimmt, ich hab's verdient Ich hab's verdient Ich hab's verdient Ich bin da auch gestern geraten Och, Tom, jetzt kommst du fast näher an mich ran, alter Ich bin bei meiner Basis, wirst du mich verarschen? Du musst weiter in Richtung Sorge Ich hab die nächsten Bäume von aller weggefahren Ja, jetzt wirst du warten, ich bin gleich fertig Was fehlt denn? Die gehen jetzt immer wieder gegen den Border-Wild Oh, fuck, ich bin schon gescheißen Und Och, Zami, erinnere, jetzt beeil dich doch mal Ja, jetzt warte ganz kurz Meine Güte, du kannst noch 1, 2, 3, 4 1, 2, Okay, ist gleich Und jetzt immer noch nicht reinkommst du, ich klatsch dich Guck mal Ey, es geht Toll, ein einzigen Bauch Ich kann mal einen einzigen verschissen Wo bist du, in welchem Wald Ich steh genau vor dem Wald Und das sind keine 300 Meter Ach, du stehst da hinten Ja, ich war an einer anderen Ecke Von dem Wald Ja, hier kann ich jetzt schön Holz fahren Ja, hier vorne ist genügend Holz Und wo rennt er hin? Da rennt du in 3 Kilometer hinten weiter hinteren Wald rein Nein! Dadurch, dass ich mein B-Dreh irgendwie nicht nutzen kann Weil ich immer zu viel dabei habe Die können dann in 20.000 Fasern liegen Ach, Gewicht, Alter Mimimi 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 Ja, ich mach jetzt Mimimimi Ah, das wird ein schöner Stream, ey Weiß es jetzt schon Nein, Nick ist weit weg Okay, jetzt geht's Jetzt ist Nick, aber ich frau mich auch mal heute Was hast du gerade gesehen? Scheiße, ich will dich ins Wasser Spiel, tut mir das nicht im Mist Spiel! Nein! Nein! Oh, das ist knapp Oh, die Zone geht los Bis nun leid, ich muss auch zwischendurch fahren Bis nun leid, ich muss auch zwischendurch fahren Wir machen ja nur Spaß draus Zone Ich weiß Ich sag's dir Gehst du jetzt weiter? Ich hau dich kaputt Bro, das ist cool, wenn ich die jetzt einfach so kaputt hauen könnte und dann wäre die Zone weg Guck mal, meine Axt ist schon aus der Zone raus, aber die verschwindet nicht Krasse Axt Was, was bedeutet neutral? Ähm, da ist der, wenn der angegriffen wird, dass er die Gegner angreift Aber er greift nur an, wenn er angriffen wird Tätig, kann ich jetzt rückfliegen oder brauchst du noch Holz? Ich hab gerade genug Holz Juhuuu Okay, dann bin ich wieder zurück Ein Wunder, er hat genug Holz Ja, ich mach auch gerade noch Ordentlich Ich hoffe mal, dass die Dächer jetzt reichen, die ich gemacht habe Okay, ich glaube Ich trotzdem muss ich gleich noch einiges holen Es müsste groß genug Ne, ich mach doch noch eins weiter Mach auch nicht Lieber zu viel als zu wenig Stein, geh weg Ich will das vier jetzt so hier aus meiner Hütte, geh weg Hm Hm, oder soll ich das so bauen? Hm Hm, das muss ich überlegen Hm 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 Ähm, kann man eine Standfackel? Muss, braucht man dafür ein Fundament? Hm, nicht unbedingt Gut Warte mal, ich probier's einfach mal aus Habe ich die erlernt? Ne, hab ich nicht Ah, hier ist Standfackel Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie Hm Ich will's nicht reichen 132,2 Resistenz Wo ist sie? Ja Also 104 wäre besser Klaue ich mir die kurz einmal raus und mache ein bisschen Platz Ah gut, das geht Nice Hupf, hat mal das geklärt Hupf Hm Eins zu viel Hupf Hupf Boah Oh, ernsthaft Ähm, was ist denn das eigentlichw og bei der tatsache was ist das was du eigentlich immer als Rampe benutzt was ist das eigentlich was ich immer als Rampe verwende was ist denn das was du bei Primitiv genommen hast äh das war die ganz normale Holztreppe Treppe ja es gibt die Holzrampe und die Holztreppe hä ne kannst du mal eine für mich mal bauen bitte weil ich hab die irgendwie gar nicht der nester ich kann es zufällig noch welche er St Schmelzöfen oder sowas okay dann bringmer eine ich bin ihm noch am Ja mach's weil ich immer durch die Wände gezogen gez-gezogen werde das ist dann ein bisschen belastend ne das ist das Game hier Ich finde es durcheinander, wenn du was baust, dass nicht die Ebene flach gemacht wird. Ach Gott, jetzt hätte man einen Vorteil, wenn man jetzt streamen würde. Warum? Ja, jetzt muss ich rüberlaufen, um zu gucken, wie viele Dinge ich hier gemacht habe. Jetzt könnte ich einfach die Zuschauer fragen. Scheiße. Oh, komm schon, egal, wo ich mich hinstelle, häng ich in meinem Petri-Fest. So, jetzt ist es hier. Wo bist denn du? Gib mal her, gib mal her, die Scheiß-Treppe. Ja, warte, ich gebe dir. Ich kann dir fünf Stück geben. Oh, nur eine einzige. Hier ist ein Stein drin. Oh, nee. Bitte schön. Oh, der Stein ist weg. Ist die eigentlich keine bei mir drin, oder bin ich blöd gewesen? Ist die neu? Eigentlich nicht. Ich habe die noch nie drin wirklich gesehen. Nee, warte mal. Na klar. Mach ich mal... Sechse. Neue, ein Känguru. Cool. Ich bräuchte was Stroh. Ich kann gucken, ob in meiner Schränke noch was drin liegt. Oh, hat genau gereicht, ey. Mann, bin ich gut. Ich brauche noch sieben. Ah, das geht sogar. Eins, zwei. So. Ja. Und, wie läuft's für euch? Bauen. Gut, gut. Machen wir auf. Nein. Gott sei Dank. So. Okay, das geht schon. What the hell? Oh, Gott. Oh, Gott sei Dank. Hä? Hm? Achso, das kann nur drei... Achso, das kann nur drei stacken. Okay. Okay, dann musst du ja... Wenn du dafür machen... Oh, nein! Oh, scheiße. Achtung! Scheiße! Ich muss ganz kurz mal farmen gehen. Nein, nicht schon wieder. Ja, sorry. Ganz kurz, dauert die lange. Du musst nur zwei, drei Bäume raum. Machen. Oh, nein! Nein, meine Hütte! Okay. Solange du nicht von... Solange du nicht von der Klippe... Solange du nicht von der Klippe fällst... Ich mach dich kaputt, Zone. Ich werde dich umbringen. Ja, der will farmen gehen. Nein! Ich bin jetzt... Und tu es so zu sagen. Bei Zombie, wenn der Bau umfuhr baut. Ich glaube, wir müssen mal nicht ganz viele Rohstoffe geben, damit er nicht mehr farmen muss, ey. Und wir bleiben einfach irgendwo stehen, weißt du, in der Ecke. Ich glaube, wir müssen alles alleine bauen. So wird das nichts. Nee, Spaß. Und kein Ding, kann ich auch machen. Nee, ich will auch Spaß haben. Musst du auch leveln, ja? Das ist Dodo, du hast genug Spaß. Oh, Gott, ich will das. Oh, Gott, ich will das. Oh, super. Achtung, nicht erschrecken. Er wird kack gezogen. Ich muss mal in Petry. Und ich hab's auch nicht so matt. So, jetzt darfst du wieder bauen. Jetzt bin ich wieder an der Basis. Ich brauch heut. Oh, gut, er ist wieder da. Nee, gar nicht. Stroh brauch ich mal. Der Albtraum ist vorbei. Er ist wieder da. Wie stark hast du den Film geguckt, oder wie? Ja. Er ist wieder da. Ja, das Monster war Zombie, als er auf die Farm gehen wollte. Das war das Monster. Oh, Gott. Schlimmste Albtraum, ey. Was sind da eigentlich alles? Achso, ja. Okay. Ich hätte es doch dabei. So. Ist es schlimm, wenn ich ein bisschen grün in der Basis habe, oder? Ja, das sieht ein bisschen scheiße aus. Mach das lieber weg. Ich wünsche dir, das Gebiet wieder mit abgeflacht, wenn man was baut. Ähm. Ja, das wird schon geil. Was willst du, du Vieh, hä? Was willst du? Scheiße, verpiss dich. Verpiss dich. Aua. Was ist los? Wie greift ich an? Alles greift mich grad an. Auch nett. Schauen wir euch, ich bleibe vorbei, was hier so hier umtreibt. Todos, nein. Diese Raptor, die dich bluten lassen können. Ich weiß nicht, wie die heißen. Tag am Geweiz. Achso, die gibt es hier. Chell, Chell. Wir haben sie. Ja, danke. Achso, die neue Raptoren. Achso. Einfach spawnen. Endlich. Puh, das wird jetzt anstrengend zu bauen hier. Ah, oh. Steht das falsch rum. So kann ich das wieder aufheben, hä. Ähm, Nick, wie kann man Gegenstände drehen? Mit Y. Y. Na gut, danke. Hey, warte mal. Wie würdet ihr denn das machen? Hier diese, wo diese Holzpfeiler dran sind an der Wand. Würdet ihr das inne machen oder außen? Hm. Äh. Wie meinst du das? Schlesen. Na hier, an diesen Holzdingern ist da auf der einen Seite so, ist da so Holz dran. Auf der anderen Seite. Wie würdet ihr das bauen? Ist das Holz außen oder dass das Holz inne ist? Äh, außen. Okay. Und wieder. Ja, wir müssen gleich allerdings mal Dings retten gehen. Okay. Achso. Messer. Wieso retten? Ich hab das im Grünstrahl. Frage ganz kurz. Wie war denn das jetzt, hä? Raptoren? Modus? Nein, von den, das waren keine Raptoren, das waren die anderen. Wie, wie waren das? Diese, keine Ahnung, vier, fünf Stück, äh, Dino-Klius. Alle auf die Petris sofort, alle auf die Petris, alle auf die Petris. Das heißt, es ist ein Nest in der Nähe. Ich bin grad so im Baum, Modus. Wo genau war das? Wo, wo war das jetzt? Wo war das jetzt? Wo ich, wo ich grad gebaut hab, äh, wo ich baue. Also hier vorne sind die Viecher. Ich weiß nicht, ob das, weil ich bin durchwärts... Warte, Zombie, 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 nein! Ich hab's, komm, 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 komm! Ich komm nicht an mein Petris. Oh, fick die. Oh, da ist so. Ach, komm schon. Ich weiß nicht, ob das eine Basis ist oder sowas, weil ich werd, ich werd, damn, ab und zu mal angegriffen. JJ. Was ist los, JJ? Du willst schon los? Ich war grad noch am Holz und jetzt ist mein... Kam ich, wurde ich weggepottet, sodass ich mein erstes Mal in Petri nicht kam. Jetzt lande, du blödes Vögel. Ja, musst du's gar nicht warten. So, das ist so. So, können wir's wieder weitermauen? Das ist nur einer. Irgendwie, keine Ahnung, die Träsen, aber einig. Ach, wie viel ich hier? Der durchgehend von den Angriffen. Keine Ahnung. Ach, können die nicht. Zeige mal, ja, ich will die mal. Kann die nicht verstanden? Ich hab schon welche getötet, ja. Wie viel hast du getötet? Wie viel hast du getötet? Mach mal Mut auf. Glaube ich, so drei, vier Stück von denen. Wow. Okay. Dann machen wir jetzt mal Tag. Soll ich betäuben? Nee, weil das... Nicht betäuben. Wir müssen gleich hier in der Gegend ein Nest suchen. Ich wurde auch, glaube ich, einfach vom Eilfaden gegriffen. Aber... Hm. Okay. Also die Viecher sind das. Okay, dann machen wir den weg. Dann haben wir jetzt hier. Guck mal. Ja, dann kannst du unten auf dem Boden rumlaufen erst einmal. Ich bring dich zu deinem Petri gleich. Ich hab meinen Petri. Ja, er ist immer erst in seinem Petri hier. Ich konnte noch abpfeifen. Mutierte Flieger. Hm. Sehr. Ja. Sehr kreativ. Okay, ich und ich und... Wer ist das immer? Ich glaub, ich hab hier was. Was ist das? Was bringt das? Ein Ei? Ja. Ja. So kriegen wir die Dinos. Die kann man nicht zählen. Geil. Tschüss. Die machen ja so Blut, aber es macht null Schaden. Ach, da hast du ein Nest. Ja, ja. Ist da noch eins? Ist da noch eins? Ist da noch eins? Nee. Er hat nur Messer. Hier sind drei Nester. Doch, hier ist noch eins. Ah, hier ist doch, hier ist noch welche. Wo? Hol die Eier raus, hol die Eier raus, hol die Eier raus. Hol die Eier raus, hol die Eier raus. Ich bin dabei, ich bin dabei. Hab eins. Ich hab das andere. Hier ist auch eins. Ich hab das andere. Hier ist auch eins. Hier ist noch eins. Okay. Okay. Hier sind drei Nester nebeneinander. Was zum Teufel? Ich hab vier Nester. Ich hab noch eins. Ich hab zwei. Warte mal, da hinten ist noch ein. Ich hab zwei? Ich hab drei Eier. Mit Messer. Reicht das, wenn ich das einfach ein mitnehme? Okay. Ja, ja. Verdammt das? Ja, nee. Oder? Keine Ahnung. Ja, aber sollen wir nicht essen? Hm. Wollt's ausbrüten. So, ab zur Basis zurück. Schnell zur Basis. Zu dir, oder? Wie... Wie lucky bin ich, dass ich hier Nester neben mir habe? No, hier. Das sind sogar sechs Nester. Das sind sechs Nester, oder? Sechse? Ja, ich glaub, guck mal hier. Hier, auf der Seite sind drei, und hier sind noch mal zwei. Das sind so fünf. Kannst du die noch holen, die Eier? Warte mal, hier ist eins. Jetzt ist es schon leer. Wohoho, Level 150. Das sind bei allem die Eltern. Von mir. So. Ne, okay. Ich hab hier kein Ei mehr. Okay. Ja, das ist wahrscheinlich das, was ich schon habe. Achso, okay. Ich hab glaub ich sogar... Also jetzt... Also jetzt... Also jetzt ein kleiner Basis, Nick. Ja. Ja, das sind nicht so... Ja, man... Dein Teil! Der Basis. Oder was... Du weißt wie das... Hey, ne Brücke, wie cool! So... So, was machen wir jetzt mit den Eiern? Achso, das ist ein Piller. Okay. Was brauch ich, was brauch ich? Ich brauch... Hat jemand Feuerstein von euch mit Petri? War... Ja, ja. Ich hab Feuerstein. Ah ne, ich hab... Ich hab... Ich hab auch ganz... Ich hab auch so ganz viel Feuerstein dabei. Ich mach schon. Ich hab schon. Ich hab schon. Ich hab schon. Okay. Du, mal die Petri... Bist du mal die Eier bitte mal mit dem Petri klemmen? Kannst du das mal rein? In deinen? Ja, in meinen. Okay. Ich verziehe dir sich mit den Eiern. Ah, hier ist meine Eier. Der Petri frisst es weg. Meiner frisst es weg. Das wäre... Das wäre lol, ey. So, du hast jetzt vier Eier drinnen auch. So, ich hab meine... Drei schon mal abgeliefert. Da. Ich hab meinen abgeliefert. Aber was ist das mit dem... So, 50, 50 sind meine Eltern. Ey, ein Pferd! Okay. Dann kommt mal her, Ladies. Ja, warte. Ich muss gleich mal mit dem Petri dazu bringen, zu landen. Ich kann das Pferd nicht steuern. So, was gibt's? Das wird so schwer. Ah, ja. Rettvorgang. So. Kann man die mit Faser anzünden? Ja, das wäre... Ich... Ich... Ich glaube, das geht sogar. Ne, das geht nicht. Dann nehme ich Stroh. So, mal gucken, ob das klappt. So. Ist das zu kalt oder zu warm? Geh mal weg. Zu kalt. Warte, ich... Ich... Verlag auf vorher erst einmal. Geh mal. Rüber. Hast du noch Holz? Ist es normal, dass hier so viele spawnen? Ich hab noch... Ich hab noch Stroh. Ich kann noch... Ich kann noch ein bisschen Stroh. Ich glaube. Das ist ja gerade... Das war gerade Glück, dass die hier spawnen. Okay. Na ja. Ja. Okay. Jetzt sind wir raus. Geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Geh mal weg. Oh, die neuen... Die... Die Nuss... Ja. Die fühlt sich das aus, als würden wir das Ei bra... Ähm... Das Ei braten. Zu kalt. Immer noch zu kalt. Das ist immer noch zu kalt. Alter, wie viel braucht er denn an die Zehn? Geh mal weg, ja. 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 Das sieht nur aus, als würden wir das Ei kochen. Als irgendwas anderes. Ich bin in Tschechow, da, guck mir zu. Was macht der da? Oh Mann, ich hab doch gerade schon reingefüllt, Zombie. Zu kalt. Immer noch. Wir brauchen noch mehr. Vor allem finde ich es witzig, dass es immer erst nicht zu kalt war. Gibt es nicht irgendwie eine Brütkammer oder sowas? Die haben keine noch nie. Naja, wärmer. Naja, Feuer. Wie viel Lagerfeuer haben wir jetzt? Ähm, warte ich zähl mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Wenn ich jetzt richtig gezählt hab. Zwölf. Der fackelt sich hier ab. Könnten noch ein paar Standfackeln da reinstellen. Funktioniert auch. Zu kalt. Kannst du es direkt ins Feuer legen? Nein. Also du hast das Ei direkt auf dem Feuer, Lagerfeuer? Ja, gib mal Holz bitte. Gib mal jemandem Holz mal bitte. Ja, warte, warte, warte. Äh, ich hab kein Holz. Mit das Lagerfeuer hier schon mal anmachen. Mit Stroh. Die ich jetzt so baue. Warte ich. Ich kann auch mich da rum. Das ist ein Riesenlagerfeuergebiet hier. Hm. Guck mal Messer. Wir sind heiß. Feuer, Feuer, Feuer. Alter. Das war gerade zu Glück, Alter. Das ist nicht genau bei uns spawnen, Alter. Lief mir nur. Kann ich von euch rein? Vom Primitiv haben wir nicht alle einzigen gesehen. Jetzt auf einmal vielen Nester nebeneinander. Es brütet. Messer her, komm. Messer, komm her, komm her. Du gehst zu diesem Ei, wenn er rauskommt, sofort anklicken. Und da draußen, es müssen alle Flager vorher klar ausgemacht werden, erst einmal. Okay. Okay, ich halte mich hier bereit, um dann auszumachen. Ich auch. Ich mach's bei der anderen Seite. Ich mach's bei der anderen Seite. Sobald's gebrütet ist. Du musst genau bei Ihnen auf Y drücken. Genau auf Y. Sobald er gebrütet ist, ne? Genau, wann er geschluckt ist. Steht da unten die Zeit da. Wie lange braucht der? Geh mal rein. 30 Prozent, 29, 28, 27, 26. Geh mal rein, geh ran. Du musst nicht hier ran gehen. Du musst nicht hier ran gehen. Wir sind sehr klein. Okay. Oh. Also einfach Y dann, ne? Spannend. Ich hab's jetzt okay. Baby, folgt Internet. Ja komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Und alle wieder an. Was ist denn? Alle wieder an. Geht der fest? Ey, Tore. Ja, dann muss das Internet auch mal weg gehen. Geh mal weg. Geh mal weg. Ja, ich bin auch weg. Er folgt mir. Ja, ne, geh mal weg. Geh mal weg. Stell dich mal hier, hier hin. Komm mal hierher. Hierher. Geh zusammen. Pfeifen, 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 Pfeifen. Weiter kannst du was? Sie werden so schnell erwachsen. Das ist deiner hier. Das ist erst deiner. Wow. Ich entzünd die Feuer mal wieder. Ich wünsch den Menschen... Oh, ist kein Vater geworden. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Geh ganz schön. Kannst du die anderen da ja verfault oder kannst du die auch ausbrüten? Die breiten wir jetzt alle aus. Wow. Vor allem, was ist denn durchgehend angegriffen? Nein, das Ei ist einfach nur geschlüpft, weil ich mal ne Fackele hatte. Ja, das war alles mein Verdienst. Nein, Spaß. So, Meister, das... Geh mal weg. Geh mal... Ich muss mal raus. Ich muss mal raus. Du musst aber Fleisch noch im Inventar haben. Grund ist, du musst klar füttern. Und? Ja, ja. Ich nehm grad was aus Marlen. Petri raus. Einen Kompositboben. Wie schmürzt du so spät? Du brauchst Essen. Du musst bissel... Du musst bissel mal Fleisch nehmen in dein Inventar. Ja, ich prob' ja grad, wer ich ist. Oh, ein Schmierer, boah. Oh, mir ist grad aufgefallen. Ey, Bro. Erst fertig. Erst fertig. Ja, dann klem ihn an, klem ihn an. Klem ihn an. Dein ist noch gar nicht fertig. Komm mal her. Komm mal zu deinem. Okay. Okay, tu mir mal abpfeifen. Das, was man hier stehen bleibt. So, ich hab Fleisch. So, Messer, das ist deiner. Äh, Justin. So. Komm raus mit dem. Du musst ihn auf Niedrigs machen, schnell. Warte, ich mach schnell. So, jetzt kann's nicht los. Geh mal zurück. Noch'n Stück. Wir mussten... 150. So, abpfeifen. Jettchen, machen bitte wieder alle an. Ja, mach ich. Mach's da alle an. Ich nenne mein Malfretti. Ey, wo ist meiner hin? Wo ist meiner hin? Hier unten. Beim... Anderem. Hier. Deiner ist noch hier. Darum belegt der sich. Dann sofort X-Modrücken. Ja, soweit der... ...gestöpft ist. Warte mal. Mach's mal mit. Du mal deinen Fieder wegmachen, bitte. Mach mal deinen Fieder weg, danke. Hast du Essen reingemacht bei ihm? Nö. Ja. Jettchen, du hast Essen? Ja, ich hab's Essen. Die werden so schwerer. Ich hab grad welches aus meinem Schrank geholt. Ich hab grad gemerkt, ich hab meinem Petri grad nichts mehr drin. Könnt mal kurz jemand... Irgendjemand hatte doch mega viel Fleisch bei seinem Petri drin. Könnt ihr gerade mal einem was geben, bitte? Ja. Ich brauch selber noch ganz kurz... Muss noch ein kleines Meier Fleisch holen gehen. Warte, ich... Oder hab ich noch Fleisch? Oh, ich hab nur gekröltes. Alter, endlich haben wir die Viecher. Ich hab Fleisch. Ähm, wo soll ich's reintun? Fertig. In klein oder... Yeah. Äh, in deinem Tier. Ey, wird größer. Sind die... Haben die alle dasselbe Level? Auch Level 150. Ne, der eine ist Level... Einer ist Level 50. Einer Level 150. Und meiner ist Level 55. Hast du Fleisch drin? Mach ich jetzt. Ist das meiner... Ist das meiner so hoch oder so wichtig? Wir wollten erstmal da rausholen. Achso. Äh, das kommt von den... Hängt von den Eltern ab. Geil, guck mal hier. Alpha. Alpha. So, er hat Fleisch. Man kann man denn in den Sattel für den bauen? Dann muss man... Muss denn er lernen und mal... Wir brauchen vier Stück gleich. Wie hieß... Wie hieß denn das Vieh? Dino und Nüchus. Nein. Schwanzus Longus. Oh nein. Dino... Ein Ehrenwerter, ne. Dino und Nüchus. Dino... Ja, ja, ja. Ich... Gebe schon. Okay... Ach Gott, was mach ich da? Dino und Nüchus hatte. Ich hab ihn. Okay, dann müssen wir gucken. Wo muss man denn bauen? Metall ist bei mir in Petri drin. Du musst irgendwann in Petri Metall sein. Also baust du nicht eine... Ähm... Gede. Muss mich. Äh, die stelle ich mit Leder, Holz und Fasern nochmal her. Ja, welches Level ist denn der? 32 oder so. 32. In welchen... In den Metall oder in... In den Metall. Ich brauche nur noch ein bisschen Leder. Ich höre das gerade. Dann mache ich uns welche. Äh, mein Petri. In meinem Petri... In meinem Petri... In meinem Petri... Ähm... Ich hab auch einen... In We Did Pretty Good Job hab ich ganz viel Leder drin. Ja, ich brauche nur... In We Did Pretty Good Job hab ich ganz viel Leder drin. So... Wie lange er erst mal reden muss, bis er den Platz verhindert hat. Wegen seinen... Ich bräuchte aber noch ein bisschen Holz. Bro! Nein, meine Fackel! Ähm... Soll ich das Feuer abreißen? Nee, ich mach schon. Ich kann das gar nicht abreißen. Hat irgendjemand von euch noch Holz? Ja, wir haben ein großes Problem. Meine Fackel ist kaputt. Die macht Holz? Ja, hier ist noch Holz. Ah, dann gucken wir mal die Farbe von meinen an. Gucken wir mal die scheiß verpfiffene Farbe an. Ja, we did a pretty good job, hat Holz. Guck mal meine Farbe an. Der ist schon orange und rot. Oh... Hype! Ach, da ist noch Stroh drin. Erster Hattensattel. Very nice. Oh, hier Holz. Nein, ich wollte nicht das Stroh. Zweiter Hattensattel. Auf was haben wir die Lappen? Das war ein Erd. Das musst du selber wissen. Ich würde mal sagen, das ist ein Erdlicher zum Angreifen. Achso, ja, Angriff. Boah, der hat echt ne geile Farbe, deiner. Wer hat meine? Aber ich glaube, meiner hat auch die Farbe. Also etwas abgeschwächt. Hey, ein Sattel. Yeah. Was kann der denn so? Wieso kann ich ihn nicht bewegen? Ach, ich bin zu schwer. Fuck. Ich bin zu schwer. Fuck. Sonst habe ich mich nicht dran und sattel. Zack. So, weiblich. Männlich. 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 Wo ist der andere? Weiblich. Zwei weiblich, zwei männlich. Okay. Cool. Welche sind die höchsten männlich und weiblichen? Hä, da ist Tiffany. Da hinten. Hä, da ist Tiffany. Ja, sie ist irgendwie schon wieder am Wasser. Sie ist neidisch. Sie denkt, dass du sie betrachtest. Wo ist mein Vogel da oben? Scheiße, mein Vogel ist da oben. Wo ist ein Miner? Was ist doch, Zombie? Skalender drauf. Game, bitte. Ich weiß nicht, ob ich das Skalender kann. Scheiß Spiel. Nein, Spaß. Ähm, sollen wir mal gucken? Komm mal her. Kleiner. Ich bin zu überladen, bitte. Wow. So. Nice. Kann ich jetzt wieder zurück in meine Basis? Nein, ich hab noch ein paar Eier. Oh, die Zeit vergeht aber auch schnell. Alter, es ist gleich 18 Uhr. Hm. Wollte ich schon sagen. Haben wir nicht eben gerade vor drei Minuten angefangen? Alter. Na ja, gefehlt. So, dann haben wir mal ein bisschen gebaut, ein paar Viecher geholt. Oh, das sind zwei Stunden vorbei. Iso. 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 Oh! Ich fackel wieder. Ich werde dich Flash leiten. Du wirst mich T-Baggen. Das auch. Hm. Hm. Achso, das kann ich ja meiner erst mal noch einen Namen geben. Hä? Punchface. 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 Genau. Ja, ich muss meinen auch noch. Das ist nicht meiner, das ist nicht meiner, meiner ist der Leipzigart. Punchface. Ich bin jetzt. Nein. Nein. Muss ich mal gucken, wie ich den nenne. Ich will nicht gehen. Alter, Sione. Was ist das? Was ist das? Ey, Kastrion. Ich will sie nicht als Viecher. Ja, ich kann schnell den Überladen. Stell den mal hier genau daneben. Stell den mal hier hin. Stell den mal genau hier hin, Cheche. Genau hier hin. Hallo. Ja. Ich wollte meinen hier hin. Stell euch mal zu euren Tieren bitte, gleich. Nein. Meiner kann sie dann ein bisschen weg. Kann sie dann ein bisschen noch bewegen. Da muss man ein bisschen hinter. Oder Cheche, was du mal du ihn bewegen kannst. Achso, ich bin. Das ist ein Messer. Von Messer. Von Messer. Du von Messer hast du jetzt ein Ding noch ein bisschen. Kannst du dich noch ein bisschen bewegen? Das ist Messer. Messers ist welcher? Freddy. Ja, hier. Ne, ich bin zu überladen für ihn. Dann guck mal nach, ob du Schrott wegkommen machen kannst. Ganz kurz. Äh, ich hab eigentlich kaum noch was in meinem Leben da. Und du mal alles in deinem Petri rein. Du mal alles in deinem Petri rein. Du mal alles in deinem Petri rein. Ich hab gerade alles in deinem Petri rein gepackt. Ah, jetzt geht's. Ich musste nur gerade einmal die Wände wegschmeißen. So, jetzt alle mal vor eure Tiere stellen. Hm? So, mal vor eure Tiere stellen. Was eure sind? Hey. Warte mal. Was ist denn jetzt los? Ich kann grad nichts machen. Jetzt kann ich hier nicht raus. Was? Am Thump-Mail oder wie? Hm, ja. Nicht nur ein Foto machen. Das sieht geil aus. Sieht aus, dass wir das gleich auf dem Wettrennen vorbereiten. Justin? Ich bin drauf. Witz du, Leute. So, fertig. Ey, ey. Wir brauchen mal einen Bank und einen Stuhl. So. Ich hab noch drei Eier. Mehr als jeder normale Mensch. So. 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 Ja, das mach ich dann selber. In dein Haus? Ja, die kommen in das Haus rein. Ganz kurz, wer möchte noch einen zu haben von euch? Ich mach noch, ich mach noch einen. Ich nehm noch einen. Ok, dann kümmer dich um Dan. Ja, mach ich. Ja, mach ich. Nick, hier, warte. Ich komm mit dieser Abel noch mal aus. Aus irgendeinem noch mal das Fleisch. Wo ist es jetzt? Hier? Hier. Ja. Ja, komm sowieso alles in mein Petrik gleich rein. Gehen wir zurück zu meiner Basis. Wollen wir weiterbauen hier. Ich will gleich mal jagen gehen mit Dan. So, wir wissen wie die sind. Ja, können wir gleich mal an. Endlich weiterbauen. Ey, das ist auch ne 55. Schon wird noch ein Pferd. Schon wird noch ein Pferd. Das ist meine Hütte, man. So, stehst du endlich mal? Messer, Justin, wollt ihr noch eins haben? Einer von euch beiden? Ich hab noch ein Ei. Nein, danke. Ok, dann komm ich zurück, dann nehm ich es halt. Ok, dann nenne ich ihn Krüger. Das kann ich sagen. Nein. Dann nenne ich Krüger. Du musst auf mich nicht stellen, die Verfolgung. Mann, sind wir alle sehr kreativ, ey. Wie soll ich denn? Ah, ich mach das so. Somit! Messen! Messer! Steht da weg, bitte. So. Guck. So Messer, her, komm. Ok. Bin da. Was sind die vier hier hinten für Probleme? Oh, Raptor und tag Raptor und geh weg! Geh weg! Wo ist das Ei? Wo ist der andere? Oh, sieht der Raptor geil aus! Was will der jetzt von mir? Geh weg! Scheiß Viecher! Du mein ganzes, darf mal ganz kurz mal ein Stinks rein. Ich will die Viecher reiten. Mann, was ist das denn? So, ich bin jetzt komplett leer, alter. Wir haben noch mehr Öl und Altmetall und alles bekommen. Juhu! Was ist denn der Raptor weggekloppt? Ja. Ach, hier ist mein Dämon. Scheiße, der hat mir angriffen. Was soll ich tun? Ich weiß nicht, warum hier grad so warm ist. Ich weiß es einfach nicht. Ne, was hat mir gefehlt? Oh ne, ich hab mir schon das richtige gefehlt. Gut. Grüß! Hey! Ich bin außerhalb der Zone. Ja, easy. Oh, jetzt nicht mehr. Mano. Scheiß Zone. Hier. Oh. 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 Idiot! Aaaaaah! Als kann ich jetzt aufheben, ey! Okay! Ja, okay. So, du gehst hier hinten zu meinem Petry. Ich habe meinen jetzt nicht früher genannt. Ich habe meinen Hit or Mist genannt. Ich lasse mal meinen da unten stehen. Und meine hat mich eingetiert. Boah, das sind echt schön schnell, die Viecher. Da habe ich auch nichts anderes erwartet. Aua. Boah, das ist geil. Wenn du sprintest und dann springst, gleitet der so ein kleines Stück dann noch. Na, okay. Gut, das mag das jetzt. Ey, geh zu. Die Tür auf. Jetzt brauche ich noch einen Namen für meinen. Ich habe meinen Hit or Mist genannt. Ich bin gerade zuvor, mir einen auszudenken. Steinfeld. Wollen wir mal jagen gehen, Clay, Mann, da von Messer der eine fertig ist? Von mir aus. Hey, der Dodo schickt doch noch ne Luft. Juhu. Du, du Power. Kannst du ihn nur runterbleiben und ihr ins Haus an... Dadurch? Ich habe den perfekten Namen für meinen gefunden. Es passt einfach perfekt, Mann. Er ist jetzt dadurch, dass er weiblich ist und... Und die Viecher grauenhaft schnell heißt er jetzt, Speedy. Gutes Timing, aber ich will gerade in den Baum rauen. Was macht Nick? Ich gehe gerade zurück. Wo ist jetzt... Ich komme ran. Wo ist Freddy hin? Da muss noch ein Baum ran. Ah, gut, da ist noch ein Baum. Schnell. Ah, ist er. Nick bleibt noch ganz kurz zu stehen. Der eine verfeu... Der Tino versucht mich zu verfolgen, aber das Lagerfeuer lässt. Ja, warum halten die Bäume nur einen Schlag aus? Mit der Scheiße, ja. Hit or miss, ernsthaft? Was ist... Was ist das? Bester Name, Alter. Irgendwie machen wir alles von DVD nach, kann das sein. Hit or miss ist nicht von DVD. Na ja, doch, man kann auch missen und hitten. Das ist ein alter Meme. Hm. Ich finde schön, wie der... Hä, ist das da ein... Tech-Raptor im Wasser? Ich habe kein Fernrohr. Warum rennen die Viecher weg? Achso, ne. Und so, Ladys, seid ihr bereit? Ich muss kurz mal... Ah, warte, ich muss erstmal... Ich muss erstmal wieder runterkommen. Ich bin ja gerade bei deiner Hütte gewesen. Ich komme. Ich mag die Viecher jetzt schon. Ich habe mal einen neuen Geblingsdino, glaube ich, gefunden. Ach, scheiße, ich habe noch viel zu viel Zeug dabei. Ach, egal. Geht noch. Ah, nee. Achso, stimmt, deswegen kann ich mich auch nicht bewegen. Ich habe alles in meinem Vogel reingemacht. Ach, du Scheiße, wie viel Zeug. Man kann gleiten mit den... Ja, ich habe es auch gerade bemerkt. Es ist mega lustig. Ey, guck mal. Ey, guck mal her. Guck mal hier. Guck mal ganz kurz. Was ist das jetzt gerade? Warte mal. Ach gut, der ist aufgestiegen. Wow. Ich bin gerade hier an den Stein gekommen. Warte mal. Oh, ich glaube, dann habe ich die sogar schon mal gesehen. Ich glaube, mit denen kannst du nicht so in Stein hängen. Ja. Ja, guck. Wie funktioniert das? Du musst, glaube ich, auf die Wand zurennen und dann abspringen. Wenn der früh genug abspringen würde. Äh, ich kapiere es gar nicht. So, ich hänge, ich hänge eine Wand. Über Kopf. Ah, wie geht das? Wie geht das? Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Ich habe es versucht. Ich habe es hier um die Ecke, bin da ran gesprungen und mit der... Wo du normalerweise beim Petri kreist. Habe ich das immer gemacht, aber... Er muss erstmal Ausdauer haben. War ich noch zu schwer? Scheiße. Oh Gott, ich bin da viel zu viel überladen. Oh, hat der Nahkampfschaden. Holy shit. Ja, ich habe jetzt gerade erstmal ein bisschen auf Gewicht gelernt. Alter, das sind die aber... Die sind aber schnell, Alter. Oh Gott, was soll ich mir reingehauen? Ich habe so viel gutes Zeug, aber... Ich habe alles in meinen Petri reingehauen. Gerade. Stimmt. Ein ganzes Inventar... JJ, ähm... Also, ich mache das eigentlich im... Ich mache das immer so und dann... Versuche ich irgendwie da ranzugreifen. Ich muss aber... Man muss halt richtig ranzpringen, dass das... Wozu braucht man eigentlich eine Mensch-Starb? Äh, keine Ahnung. Muss nochmal gucken, für was das denn... Vielleicht... Ich werde mal ein Mac bauen können. Hm? Oh! Ich habe halt geschrien. Meine Tümer sind ja kaputt, sehe ich gerade. Oh. Ein Speedy, alles klar. Speedy. Ganz... Warte mal, du nennst ihn... Du nennst ihn Roadrunner und ich nenne meinen Coyote. Mal gucken, wie welcher schneller ist. Ich glaube, der... Ist ein Coyote. Aber ich bin nicht mehr so... Ah, nee, ist aber mein Vogel. Ich habe es gerade wieder geschafft, mich dran zu hängen, aber ich weiß noch nicht, wie man das macht. Oh, hier die Fasern, ey. Weg mit den Scheiß. Jetzt mal kurz, ich brauche... Ich muss echt mal ausrollen. Das wird dann noch später so werden. Jetzt hauen wir uns die ganzen Fasern weg und dann später hören wir keine Fasern. Ja, ja, ich bin dran. Sag mal. Bist du da? Ja, ich weiß noch nicht, wie... Wie machst du das? Keine Ahnung. Ah, du musst einfach im richtigen Moment abspringen. Und komm mal... Ach, nee, ich komme nicht höher. Schade, ich dachte, man kommt noch höher. Oh. Das müsste mit dem Inventar wesentlich leichter werden, hoffentlich. Ja. Wie gesagt, du dann ganz drück in den Petri rein. Nö, ich hatte noch Stein und so, und jetzt mache ich noch Steinwände. LOL. Okay, ja, jetzt habe ich jetzt auch gerafft, wie man sich festhalten kann. Jetzt können wir den auch hin. Die laufen im Wasser statt zufriedig schwimmen. Okay, doch. Diesen fucking Jesus, was erwartest du? Äh? Wie hat denn der? Ach, der hat nur 500. Ne, ne Frösse. Ich habe auch alles in meinem Schwimmer. Auf beweglich... Nur ein Tipp, keiner levelt die auf Beweglichkeit. Keiner von euch. Ach ja, wir haben eine Artefakt... Ich habe das Artefakt des Zerstörers, habe ich ja. Stimmt. Ne, wo hast denn das, ja? Hab ich doch mal gefunden. Ich habe das Messer, habe das irgendwo zufriedig gefunden und ich habe es mitgenommen. Was mit... Mit dem Schwerzgen, glaube ich, war das, oder? Kommt, so rein. Ja, da war auch das Schwerzgen dabei. Den habe ich ja drauf. So, wollen wir mal los? Aber ich mache mir... Ich mache mir richtig viel Spaß. Alter, was können wir, wenn ich jetzt noch an den Viech mit, an den... Damit an den Wänden bewegen könntest, wirklich? Ähm. Hm. So sieht der Becker so von hinten aus. Hm. Interesting. Boah, die Viecher sind sowas von geil, Alter. Ich will wissen, was die alle für einen Schaden machen. Ich finde, man muss sie unbedingt auf Ausdauer halten. Also meiner macht gerade 5.000. Und ich habe den noch nicht auf... ...lag am Schaden gelevelt. Ich habe erst ein bisschen Gewicht und ein bisschen Ausdauer gelevelt. Oh, hier! Also wir müssen mal los, bitte, bitte, bitte. Also wir müssen mal ein bisschen jagen gehen. Ich brauche einen Schrank, ey. Ja, ja, ich muss mich erst mal hier leichter machen. Wo ist denn das Altmetall hier unten? Das Metall auch. So, jetzt müsste es doch gehen, oder wie viele habe ich? Oh, das gibt es doch nicht. Eine Frage. So ein kleines Stück. Oben in der Ecke bei mir sind so zwei Fäustesymbole. Was heißt das? Hä, Fäustesymbole? Ja, zwei Fäuste, die sich so Brofist geben. Hä, wo denn? Was ist denn wirklich ein Brofist? Ach so, Darts, weil die die in Printet haben, weil das eure Tiere sind. Ja, man, die haben ja so ein Vertrauen zu uns. Zum Beispiel, du hast jetzt ein bisschen mehr Nahkampfschaden oder ein bisschen mehr Leben. Deine Tiere halten jetzt ein bisschen mehr aus. Okay. Aber nur, wenn man, wenn nur die, wenn der, bäh. Nur der Reiter. Nur der Reiter. Ja, nur der Reiter. Ich bin ein Darmadus hier. Aber so ein König zu jagen gehen. Ja, aber das ist geil und das wir so schnell welche gekriegt haben. Hast nicht einer von euch gesagt, dass, dass er sich gewundert hat, dass er keine gefunden hat von hier? Ja, bei Primitiv Plus mag eine die gefunden. Ja, bei Primitiv Plus mag eine die gefunden. Und heute haben wir die dumm zufällig gefunden. Aber richtig, einer der andere sieht aber auch geil aus. Die anderen zwei, die nur ausgebrütet sind. Warte, zau mal. Das sind komplett geile Flüge. Ach, Gott sei Dank, endlich. Okay, jetzt können wir jagen gehen. Ja, jagen gehen. Wir müssen uns einfach später noch geil färben. Bist du der Letzte nicht. Aber guck mal, kommt mal her, ich will mal eure Vögel mal angucken. Komm mal her, ich will mal, komm mal her. Wie siehst denn du aus? Bleib mal stehen. Wer ist jetzt gerade vor mir? Wer ist das? Äh, Frig steht gerade ziemlich nett in mir. Aber danke. So. Okay. Ich hab's noch. Guck mal, ich freundlich. Ihr habt fast die gleichen Eltern. Ihr seid gleich aus, fast. Wo ist von... Nee, mein Blau ist was heller als seins. Komm mal her. Und vorne, der Kopf ist anders. Aber ihr seid, ihr seid dunkler. Guck mal, meiner ist hier an der Seite heller irgendwie. Ja, wir haben alle drei unterschiedliche Blautöne. Und mein Kopf ist anders. Also unsere Köpfe sind anders. Wieso will meiner nicht springen? Wie heißt das hier? Wie so ein Flummi. Wieso will meiner nicht springen? Und ich häng an der Wand. Und ich auch. Meiner will nicht springen. Wollen wir doch mal? Ja, dann jagen gehen. Nick, wo bist du? Da vorne. Also wir gehen nicht jagen. So, wir gehen Nick jagen. Okay. Nick, was nu? Wollen wir jetzt jagen gehen? Ja, ganz kurz, mach schnell die... Sorry, ich hab ganz erklärt. Ich will schnell die zwei Tiere hier hinbringen. Ach so. Wir gehen vor der Gruppe. So, let's go. Oh, wie geil. Warum kann ich... Ach so, weil ich geportet wurde. Nochmal an die Wand. Hier. Äh. Genau. Wo sind denn die beiden? Da hinten? Ich bin hier. Ich war in die andere Richtung unterwegs. Ich hab da gerade einen Dino-Tönen. Messer. Messer, andere Richtung. Messer, du bist... Messer, du bist falsch in Richtung. Da kommt der Alkohol. Nee, mein Name... Okay, ne? Ich möchte hüpfen, aber bei mir möchte er da... Mein Name möchte nicht hüpfen. Tja. So, let's go. Schon mag er dich nicht mehr, ey. Aber er hat einen Vor, dass wir zu viel tun, dass er nicht so weggedürfen. So, haben wir einen kleinen Rudelbohr und es dauerhaft. Ja, ich bin das Alpha-Tier. Oh, man kann sogar eben in der Luft schlagen. Mit dem Springen ist man auch... Ach, wirklich? Ja. Ja. Geil, man kann so die Tiere anspringen. Ja, das war ein Rechselgeil. Die will ich noch nicht töten, aber ich muss. XP. 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 Hui. Hui. Ein Schmetterling. Ah, nee, ist ein Käfer. Tschüss. Hey, das ist die Team. Oh, was ist denn jetzt? Du hast es wieder irgendwie verkiftet oder sowas. Hast du denn irgendwo ein Giftzahnen-Symbol? Ich hab... Nee, hab ich nicht. Nee, alles gut. Meiner ist voll. Ich hab gute Nachrichten. Ich hab 847 Seide. Und ein bisschen verdienen. Nee, nee, nee. Hey, meine Hütte. Was wollt ihr alle hier? Ach, du baust... Ach, hier oben baust du. Aber es sieht geil aus. Muss man sagen. Ah, das ist ja lange noch nicht fertig. Ja, aber da... Baus schon, wenn du es so anguckst... Der Anbauer ist über Grundgerüst schon. Sieht geil aus, muss man sagen. Das sieht echt geil aus. Da gibt's nicht... Die Fakern kommen ja zu wenig noch. Was ich aber gespannt bin... Du hast ja gesagt, ich soll mir Mühe geben, also... Hm. Was ich mal gespannt bin beim Messer, wie es dann zum Schluss aussieht. Da bin ich am meisten gespannt. Wow. Ja, wow. Ich bin... Ich bin eigentlich nicht da... Ja, weil ich... Weil du hast schon eine Idee mit den Dings davor. Und ich bin gespannt, wie es dann bei dir wird. Das Problem war, das Problem war, dass... Die Fakern kommen ja auch Feuerholz rein. Wie soll ich sagen, dass die Ebene ja nicht glatt wird, sondern irgendwie keine Ahnung, dass das Fundament im Bügel ist dann. Oh, bin ich hochgesprungen. Ja, das ist normal. Warte kurz, ich merke. Ich soll kein Typ. Tschüss. Ich hab das... Ich hab zwar schon Mauern, aber... Ich sag dir so, wenn ein ganzer Berg im Haus ist, das sieht dann nicht geil aus. Ich muss irgendwie das dann ein bisschen anders sammeln. Oh, shit, ich bin runtergefahren. Trick auf Y, 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 und kurz von unten. Ich hab keinen Schaden bekommen. Nein? Ich glaube, du kriegst keinen Fall Schaden. Ich hab auch keinen Fall Schaden bekommen. Ich hab auch keinen Fall Schaden. Ach, weil er so rumschreibt. Ja, weil er so rumschreibt. Mein Weiß. Wie geil ist das denn? Wie kann man denn mit ihm schweben? Wenn du springst, dann fängt er an zu schweben. Macht automatisch. Alter, drück mal... Halte mal A. Halte mal A. Hey, dann kann man den Sprung aufladen. Ja, ich hab's gerade gesehen, Alter. Hey, warum bin ich jetzt das Alpha? Ich bin jetzt das Alpha-Tierchen. Jetzt bin ich's wieder, weil ich wohl zu weit weg war, anscheinend. Und... Alter, wie geil. Es wechselt immer mal wieder. Oh, ich hab gerade zwei weggekloppt auf einmal. Ja... Meiner möchte nicht springen. Du musst die ganze Zeit A drücken. Ich drück die ganze Zeit A und ich halte. Oh, gefreut. Weiter will ich springen. Ja, ich bin auch ganz schön reingerannt. Weiter ganz kurz, ich will was testen. Ich will alle vorne zu hier. Ich will mich nicht töten. Achso. Ich will was testen. Achso, ich darf nicht gerade den Kräftechen jetzt haben. Anspringen! Ey, guck mal, ich bin da dran. Alter! Guck mal, ich... Ich wache an die... Kannst du an die... Das will ich jetzt... Warte, guck mal hier, guck mal hier. Guck mal hier, guck mal hier. Bei dem Pronto. Bei dem Pronto. Warte, ich kleb dran. Wie geht das? Einfach nur dran springen. Einfach nur dran springen. An den Kunden. Er klebt sich von selber dran. Ey? Hier, guck mal, er macht das nicht. Warte mal. Ey, von mir hat er es gemacht. Och, Manu. Aber wie geil ist das denn? Ja, warte mal, kann ich auch so in ein Schaf drin springen? Das wäre lustig. Erstmal, Tü. Meiner ist am... Meiner ist am sterben, weil ich ihn gelevelt habe. Oh. Ja, fickt schnell. Das ist so gemein, ne? Ach, ich hab den... Ich wollte den Pronto doch nicht abbauen. Alter, ich bin gerade richtig glücklich. Ich hab den Pronto abgebaut. Nee, ich wollte nur den Parador vortöten. Am Arsch. Wo seid denn ihr? Ich bin immer noch bei dem Pronto. Ich bin bei Facepuncher. Also bei mir. Oh Gott, den Aküller hat sich gewanschottet. Ey, da waren... Da war ein Kängurus. Yeah. Ey, darum müssen ein Vogel gleich mal anspringen. Oh, schade. Hallo, scheiße. Hat nicht geklappt. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Guck mal. Seid ihr? Rein denn? Ja, ich hab ihn aus der Luft geholt. Können wir die auch an? Wir müssen doch noch mal so'n Fliegelchen finden. Äh, scheiße. Und Golem. Scheiße. What the fuck? Und Golem. Und Golem. Was ist das? Scheiße. Scheiße. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Alter, wo kommt der? Ja, ja. Wer hat den Golem angepisst? Guck mal, der ist rot. Nice, roter Golem. Oh, ich weiß nicht, nein. Aua. Ich mein... 200 Damage. Oh mein Gott. Ich spring den an. Ich bin wegslaut. Los. Yes, er ist tot. Was trinkt man aus dir eigentlich? Fahr mir mal nicht ab. Also kann dann die Reine nicht mehr laufen. Da aus dir. So, das sind ja fahr'n. Kann man eigentlich so ein 10? Ey, Zombie, lass mal mit den ins Aberration-Gebiet. Ja, ich muss mal aber später machen mit Flugtieren und so. Nicht mit den Tieren. Wollen wir das wieder zuhören, oder was? Nein, noch nie. Ich will nur Spaß haben mit denen. Ja, wir haben ein bisschen Spaß haben, ein bisschen leveln. Die Mikaner machen eure, zeig mal her. Wie viele Schaden macht denn deiner? Meiner ist nur so... Äh, keine Ahnung. Ich muss noch ein Vieh finden. Ach, du hast ihn gekillt. Ich dachte schon, geil, ich hab grad mega viel Damage dazu gekriegt durch dieses eine Lave. Aber nein. Ah, hier hinten ist ein Vieh. Musch mal gucken, wie viel Schaden mach ich. Oh Gott, Golem. Ich hab meinen Biss. Oh, was ist das? Ich mach 6. Ich mach 6.000 Schaden. Oh, noch ein Golem. Ich spring den an. Aber guckt einfach lebens. Ich hab noch den los. Okay. Ich auch. Ich häng in den drin. Ich bin in den drin. Du musst A drücken. Ich weiß. Ob man sich, ob ich mich an die Leiche von dem dranhängen kann? Warte, ich mach... Ich mach... Geht, das geht. Ich bin drauf. Ja, ich... Ich erstand nur drauf. Guck mal hier, ich hock so geil auf den drauf. Das wär... Das wär ein Foto wert. Ich hab drauf geschissen. Okay, warte mal. Ich mach jetzt ein Foto. Ich mach jetzt noch ein Foto davon. Scheiß, Ärger auf den Toten drauf. Easy. Scheiß, ich such dich gerade. Wo bist denn du? Ich stelle dich gar nie. Ich bin links neben dir. Kannst... Ja, warte, ich muss ein bisschen drehen. So. Ich steh auch drauf. So, hab ein Foto. Speedy. Oh, du nimmst ein Speedy, dann... Dann nehm ich mein... Oh, Messer, sauer. Konzt alles. Boah, was geht denn mit dem... Ich hab doch den Todessprung gemacht. Achso, das warst du. Ich hab das Messer gemacht. Ja, ich... Ich bin... Ich hab ein... Ich hab Leben gelevelt. Jetzt halt... Ah, Mann. Was ist das? Oh, dieses Floresteil. Weiß, 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 weiß. Weiß, 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 weiß. Weiß, 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 weiß. Geh weg. Ich hab ein Ereignis. Das... I'm set now. Oh, Jappua. Wir sind cool. Oh, wir sind Raptoren. Schweiner. Aber unsere Tiere sind besser. Zombie. Ich hab mein... Ich hab ne Jappua. Ich brauch so Jappua. Ich brauch so Jappua. Eine Frage. Kann einer das mal in meinem Fail ausprobieren, weil bei mir möchte ich ja nicht springen. Ob das an mir liegt, oder? Wo bist du? Ich liegt immer an dir. Kannst du mit dem springen? Ich bin an dir. Soll. Also wenn ich A drücke, da passiert nichts. Ich hab' vorhin auch gespampt, da will bei mir nicht fliegen, ja mag mich halt nicht. Ich bin halt scheiße. Mach mal. So, ich bin rechte. Ist das schwer? Dieses Aufladen macht er, siehst du? Das Aufladen macht er, aber er springt. Dann lass mal los. Drück einmal A drücken. Drück einmal A. Ich drück einmal A. Warte, 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 ich geh auch mit dran. Ja, ja, ich hab' keine Ahnung. Warte mal, mach mal was. Das war nicht mal geplant, du, der Abtor. Dann hat immer noch seinen Spaß. Ey, du willst ja Wasser genügen, du willst? Warte mal, du. Mach mal, klar. Yeah. Ich guck mal, mir sieht's aus, als würde ich tief, ey. Der Abtor hat er wechselt. Was ist weg? Weil, wo ist das meine? Hey, ich muss doch nicht gleich angreifen. Ach, hier ist Doom. Hey, wo ist auch so ein Chabua? Wie so ein Chabua? Also, Schein kann ich nicht springen, ich bin zu scheiße dafür. Nee. Schein, der Charakter ist einfach zu kacke dafür. Sieg schon an den grünen Haaren. Was, hier liegt nahe? Ich hab' was zum Essen gefunden. Was für eine liegt da? Doom, sei brav. Hey, ich hab' mir jetzt rausgefunden, wie man das mit dem an der Wand macht. Und wie? Ohne Probleme. Du musst einfach nur kurzzeitig gleiten und dann so gleiten, dass du gegen die Wand kommst. Dann legt er sich automatisch dran. Dann legt er sich automatisch dran. Ah, ich will das so scharf. Aufgefahren. Er hat ja eine Möglichkeit zu stehen, dann steht er einfach. Ja. Ey, guck mal hier! Ich kann hier von Wand zu Wand springen. Guck mal hier! Irgendwann, die laufen an der Wand. Wo hast du dran? Nee, aber ich kann hier von Wand zu Wand springen. Ja, hängen sich auf. Ich glaube, du kannst dich auch nach oben arbeiten. Ja, du kannst nach oben arbeiten. Ja, ich kann nach oben arbeiten. Geil. Ey, wie? Einfach nach oben gucken und dann adrücken. Öhm. Oben gucken und adrücken, dann springt er nochmal und dann... Was? Öhm, können wir von den Gebieten... Können wir mal weggehen, bitte? Was hast du getan? Ich bin gar nicht mal davor. Ja, so. Ich will weg hier. Weg hier. Warum? Was ist los? Wo wollen wir hin? Ich bin gerade durch den Boden gebackt und an die Wand gekommen. Oh. Eil... Wir laufen einfach, ok? Das ist... Wo alles... es ist so geil wie du einfach gerufen noch mehr noch mehr hier ist Nest ja ich hab's auch gerade gesehen können wir uns mehr von den holen ah der wird 20 sind die Eltern von dem kannst du essen kannst du das Ei essen ich hab's jetzt aber wirklich gegessen so geil noch ein bisschen mehr Level hier aufs Gewicht boah jetzt hat der schwimmt die Gewicht endlich jetzt kann ich mal was auf den draufladen ja ich glaube ich habe hier wohl noch ja das hab ich nicht genau gebrauchen bist du Pferd? soo bist du Pferd? was machst du hier unten? ich hab ne grüne Stoffhose wo steht Marodin? oh geil eh die sind normalen Raptors RUH ich hab auch schon gestorben da steht auch Marodin RUH 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 was ist jetzt? JT wir haben ihn verloren RUH 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 ich guck mal hoch die überall hoch das ist ich liebe diese Tiere jetzt schon ihr könnt ja wenigstens nicht miree und wie der flutte Alter! Das fang kühlt aus! Zweiter Golem! Zweiter Golem ist gekommen! Zweiter Golem ist gekommen! Zweiter Golem! Very nice! Zwei! Judge, die kommt zurück! Hält mich! Ich hab keine Ausdauer mehr! Läh! Mit den... Mit den... Siehst du sogar? Wenn du... Wenn Vieh auch diesen Blutungseffekt hinzufügen kann! Oh! Ich spring jetzt auch so einen Golem von hier oben drauf! Ach Scheiße! Ich hab den Schmuck verkauft! Oh! Weg mit den Golems! Oh Gott! Zu viel Zeug! Und jetzt? Hm! Oh! Ich hab schon heftig Leben verloren! Ich glaub aber... Oh nicht! Ich hab ein Level auf Leben! Hier, äh... Hier, äh... Oh! Die Viecher sind richtig geil, Alter! Ah ja! Ich liebe die nie wieder Flugtiere, Alter! Ja, ne? Nie wieder flug. So, der hat jetzt auch noch mal schön ein bisschen Gewicht hinzugekriegt. Ich geh jetzt wieder diese Wand auf. Ich hab hier Bauplan für Brennstoffe, aber keinen Flammenwerfer. Wollste. Ein Set mehr. Ich will erst mal von hier hoch gehen. Ich bin jetzt wieder hier hoch. Ich hab grad den einen geblieben. Ne, was ich grad festgestellt hab, mit denen siehst du, glaub ich, also entweder liegt es an dem oder deinem Labor, aber ich hab grad bei den Alus gesehen, dass sie auch diesen Blutungsaffekt haben, da hatte ich das Zeichen eben deren Körper. Ja, weil die einen Blutungsaden machen. Ja, das ist aber auch gelb. Was ist das? Leuchten die hier unten. Silizaperlen. Ach so. Immer mit. Wollen sie eigentlich in unsere Wohnung? Wir brauchen keine Aros mehr, Alter. Wir leben auf unseren Blutungs. Wir leben. Wir sind jetzt mit den Viechern auf uns allein gestellt. Warte, ich nehm jetzt dieses Vizepair mit. Guck mal zur Brutmutter. Nein, auf mein Gesicht, die will nicht. Wir sprengen die alle an. Komm mal mit, die wollen es nur zwei. Das ist ein Weißer. Genau, wir hängen uns alle an die Brutmutter dran und auch die. Das ist ein Weißer, ja. Weiß ist langweilig. Ich mag diesen Bleid-Modus von dir mega. Ich auch, weiter. Messer, Messer, denkst du schon so? Oh, jetzt kann ich bei der Sprinnlicht nicht. Ich versanke ich mir was im Gehirn. 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 Nein. Wenn du nicht kriegst. Man kann ja auch auf den Dinger mit dem Bogen schießen. Man kann ja auch auf jeden Fall mit dem Bogen schießen. Man braucht nur in Ego-Modus zu gehen. Nein, brauchst du nicht. Geh mal aus der Ego raus und drück mal zum Beispiel. Wir hatten eigentlich diesen flüssiger Damage. Bitteschön. Das ist, glaube ich, der Blutungsfarben. Ey, jetzt kann ich so was im Gehirn springen und so aus der Luft schießen. Yeah. In welchen Verte Damage meinst du? Irgendwer von euch macht schon 40 Damage mit seinem. Ja, ich habe ja Blutungsfarben. Kann das sein, den unser Dinger machen? Äh, ich mach keinen, nein. Meinst du denn Schaden? Hier, guck mal. Schältchen, guck mal hoch, wo ich bin. Warte, ich muss einmal. Ich hab schon wieder zu viel Fleisch bei mir. Oh, es sind nur viele Schaden. Schade. Ja, das ist eigentlich dieses Zeichen. Da oben, dieses Grüne, wo diese Zacken drauf sind. Äh, das ist das hier, das hast du, hast du umprintet. Das ist dein umprintetier. Das ist dein Tier, was du, äh, genommen hast. Achso. Wenn ich jetzt auf deinen Topf gehe, wäre das doch nicht so. Ja, komm her. Steck auf. Alter, wie fett bist denn du? Ich hab übel viel Gewicht gelevelt. Oh, jetzt noch alles. Oh, jetzt noch alles. Wenn ich auf den Viechern ein Schwert ziehe, kann ich dich auch gleich durch mein eigenes verletzen. Geht. Hm, theoretisch schon. So, ich hab mal dort oben Nest geplündert und häng am Baum jetzt hier und ess das Ei von denen. Weil das nur Level 15 zu nutzen. Baum! Oh, scheiße. Was denn warst du? Ich bin hier der Luf. Warte, das will ich überwacht. Warte, das will ich überwachen, oder? Jetzt haben wir die Baum ja weg. Hm. Hey, guck mal, der hier ist auch so cool wie der Löw. Und jetzt? Hey, guck mal hier und man kann die, man kann den Kopf schmerzen. oh mein gott ich kann mal ausgehören also weil du ein alo gehören hast ist er dann konservativen das habe ich als ich habe zwei tieren dann mit einschlag gemacht da hat er schon häufig ein bisschen zu schnell die die alte was sagt man sagt ich habe übelst die europäische übelst die zweite jetzt brauchen wir eigentlich Seide für die Rüstung was ich anhab wo bist du? wo seid ihr überhaupt? hier die Rüstung was ich anhab das ist nur die Wüstenrüsten so sieht cool aus Achso Achso Achso, hast du den Dings ins Kopf wieder? Den Sommi habe ich da nie Den Sommi habe ich da nie Den Sommi habe ich da nie Den haben wir ja nur gekriegt für den Typen der bei uns reinkommen musste Schade Achja, stimmt Ich wünsche mir die nur eins kann und gut gekriegt Hey wie springt denn ihr hoch auf den Ich kann gar nicht springen hier auf richtig hoch Bei meiner springt immer auf den Berg Einfach drangehen Einfach drangehen dann nach oben gucken und dann einfach abdrücken Ah Ähm Ähm Ich liebe diese Dinos Juhuuu Hey, ihr seid schon auf Fluss Ich hab mich grad vor allem aus dem Ich hab mich grad vor allem aus dem Also random Raptor rum der hat mich nicht angegriffen Todessprung Ich hab zuerst den Skritte Ich hab noch mal auf den Skritte Ich hab da zuerst den Skritte Müllst das der Skritte werden oder wie? Scheiße auf wir sind jetzt der Skritte das ist die lustige Na das ist ein Skritte Das ist ein Skritte Ich wollte der Bullshit Ey Sommi du kennst nur noch den guten Gleitanzug ne Ach ja Gleitanzug Warum werden sie nicht mehr? Wir nehmen ja diese Dinos. Die alten Unendliche. Wo ist ein Messer? Kann ja nicht zu euch kommen. Hängt ein bisschen hinten dran. Jetzt ist er da. Ich hab die einmal schon von der Neverkunditsch. Ich hab schon ein ordentliches Stück. Wo wären wir denn hier auf der Neverkunditsch zu Hause? Keiner weiß. Er steckt in dir fest. Unser Zuhause ist beim Wasser. Ja, aber welches Wasser? Wo ist das Zombie gerade? Sind wir nicht ganz normal am Maprand hier, wo dieser kleine Fluss ist? Nachzeit. Glaub ich mal. Ja. Nicht weiter, nicht weiter, nicht weiter, nicht weiter, sonst kommst du hin. Geh weg da. Geh weg da. Guck mal unter dir. Du kommst sonst nicht so hoch. Ja, wo seid denn hier? Auch da seid ihr. Ähm. Da ist ein Bug. Da ist ein Bugloch. Äh. Jetzt überleg wie du da weg kommst. Na? Komm mal weg. Kommt mit. Warte, ich brauche mich. Ich steige gerade schnell ab. Nein, bleib offen, viel sitzen. Setz dich auf deinem Spiel. Ich hab dir die Steine abgebaut, ich hab wieder. Ich hab dir ein Leben gerettet, Känguru. Haben wir uns nicht hier den Drecks? Alles gut. Alles gut. Nein, hier sind wir noch mal im Racks lang. Als wir auf dem Weg wieder zurück. Boah, lass mal, lass mal zur, zu Buglen und dann da hochklettern. Letztes, dass es oben ist. Ja, wir kommen einfach hoch. Na, gern Messer aus dem Stamm. Ich denk ein bisschen an Messer noch, weil der Arme kann ja nicht springen. Also schade. Warum kann einer denn nicht? Er kann, das Vieh kann springen, aber irgendwie sein Charakter, sein Controller nimmt das A nicht richtig an. Also das A nimmt das an, weil bei mir, es lädt zwar auf den Sprung, aber es springt ja halt einfach nicht. Also du lässt wirklich dann A los. Ich lass' einfach los. Ganz los. Das'n Kilo. Was mach' ich grad, wenn ich voll, äh, der, der steht vor dir, was mach' ich grade? Lass' immer stehen bei mir. Was mach' ich gerade? Nix. Du stehst nur da bei mir, so wie ich. Sieh' noch mal rein. Sieh' noch mal rein. Ich lass' den Sprung fahren hier auch, weil... Das macht keinen großen Höhenunterschied. Ja. Ja, ich laufe, drück' A, drück' A, drück' A, drück' A, drück' A, drück' A, jetzt gedrückt, dann lass' ich los, wegen nem' klein' Booster aber auch... Die sollen jetzt eigentlich nur zur Basis kommen Dann müssen wir doch überhaupt noch hochklettern Also ich hab jetzt 10 Dodos nicht alle töten können NEIN Dodos Guten Dodos Ich geh schon wieder am warm Ich liebe das, das macht so einen Spaß Ey da ist so ein Petri aus der Luft gegangen Und tschüss, tschüss Kröte Yay Du tust dem Dodow weh Ich tu dem Wohl Ich tu dem Dodow weh Alter kommt mal hier Ah Nix Den wir den Dodow töten Ich kenn das hier Ich hab Betäubungseite dabei Ja Wir gehen mal zurück, wir machen unsere Basis mal weiter Oh ich hab aber zu viel Spaß im Dino Ja wir machen aber trotzdem unsere Basis mal weg Ich hab grad die ultimative Idee was ich gleich mache Ich muss das so absetzen ob das funktioniert Ob der an der Wand hängen bleibt Wenn du Absteigst Ah ich boh krass Ja Messer du kommst hier Messer du kannst hier hochlaufen Du hast ja gesehen Ich mach alle Ich mach alles Ich mach alles für dich machen Dass du Weiß wie du hier hochkommst Wenn du Mach der nicht schade Bitteschön Scheiss aber wir sind ja gerade von so einer großen Wand drüber gesprungen Soll denn da das Messer rüberkommen Ich finde schon ein Weg dass ich schon ein Messer rüberkomme Ähm Leute hier ist ein Rex Ja brauchen wir nicht Kein Eigentlich dann wenn wir Okay Guck mal kurz Hier ist noch ein Raus zu gehen oder auch reingehen Quasi Hier ist noch ein einziges Kleinen Vierter ich auf der Schulter habe Schau mich einmal bitte an Schau mich einmal bitte an Schau mich einmal bitte an Danke Muss man machen Schau's ähm Sag dir nochmal schon raus Ich dachte ich gleich nochmal einen Äh Hey Justin Justin komm mit Wo bist du? Ja komm Hier Komm mal mit Hier Mit Wurdest du auch so eins haben Ich konnte es gerade von dem Rex Hier ist eins Hier ist einer Nice Hier steht auch einer Scheiß auf die Dodo Jetzt steht dein Dinges ist aber drauf Oh mein Vieh steht drauf Es geht gleich weiter Wir haben gerade keine Probleme Unsere Kollegen haben nicht Wir müssen ganz kurz mal auf ihn warten Das Ding ist Vorhin hat es ja geklappt Weißt du? Wo wir die einen grad frisch bekommen haben Hm Ja deswegen hab ich mich gewundert Du hast ja auch keine Zeit Wie begleitet Was frisst denn der? Bären 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 Yeah Aber du musst mit Narko-Bären füttern die ganze Zeit Ah Nein die sind ja richtig schnell gef... Sam Äh Ja Nee die fallen trotzdem nicht vor Boah Ähm Wenn Zombie gerade äh wenn Messer eh gerade weg ist Dann kann ich doch gerade einmal essen gehen oder? Hm Nein der ist jetzt nicht lange weg Ich war ich Ich joinne doch wieder Ich Achso Ey wieso kann ich den Dodo nicht aufheben Mach du ruhig das Fils aufhören Ok du ruhig lass ich zurück Also da hinten ist noch ein dritter Falsch Ich kann jetzt wieder springen Ich kann jetzt wieder springen Wo ist denn der Dodo Tasten? Geil Geil Bei mir und Jager hier hinten Wo seid denn ihr? Wir sind bis mal wieder zurückgelaufen Das ist in Richtung aus der wir gekommen sind Ja genau Aus der wir grad gekommen sind Also ich kann jetzt wieder springen Also möchte ich noch jemand so einen? Ok Besser willst du auch so einen kleinen? Was denn? Sei klein den hier Faser Faser dich auf der Schulter habe Faser dich auf der Schulter habe Ne danke Ok Ok Guck mal Zwei Fehler Guck mal zu mir Tschüss Hab doch Ja ja Das hab ich auch Ok dann können wir zurück Dann können wir mal bauen weiter Jetzt kann Justin ja auch wieder die Dinger hoch Justin? Messer 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 Justin kommt die ganze Zeit Ja Ich würd sagen Wow Ab hoch hier Oh Gott Yeah Yeah Sprich Hier komm ich Oh Ok Ah ok Ich bin oben Ich noch gar Hä maner komm gar nicht hoch Ich bin auch oben Entschuldigung Ich hab mir den falschen Weg zum Hock gehen Ich bin in der hier Ich hab den falschen Spot zum Hock gehen gewählt Auch zum Hock gehen Guck mal Jj das Ähm Zombies zu Werf bei mir nicht ich bin direkt direkt über die zombie hoch will meine kräpte die wand lieber da oben warum nicht nein sitzt du nicht doch ist aber die unsichtbar bei mir ist der hinter spieler um speed ist zu schnell für mich wenn jemand eine motte getötet was geschafft jetzt müssen wir mal auf zomi war ich war ja der langsamste zomi ist in der luft na komm jetzt klären wir einfach wieder zurück sind wir von ihr gekommen ist es eigentlich gerade so blöd gewesen hochzukommen erfordert etwas training die vorhanden vor uns bei einer wann haben es hingekriegt aber bei der wann wurde nie hoch das war so wer von mir sie sind sogar zwei so ist auch ein nein ich habe ein dodo ok dann nimm mal das haben wir auch keine kann man sich umbringen es sind sogar drei stück hier nein wir töten die nicht die sind zu knuffig um sie zu töten ok wenn die auf dem tieren sind dann ziehe ich die einfach scheiß drauf ich glaube hier überall anklopfen und das ist dann noch irgendwas hoch was sind das für steine hier hier guck doch mal meiner letzten club los du musst mal du darfst dich immer so an der wand stehen du musst von du musst anlauf nehmen hier guck doch um hier komm mal runter rosa rosa ich komme hier guck meiner rutscht doch jetzt noch mal noch mal soll es gut ach jetzt macht das viel jetzt muss ich wieder hoch jetzt hat gesehen hat ja ich hab's gesehen dass ein australien zurzeit schon meiner geht hoch ich rutsche nicht rum ich bin oben ich bin auch schon oben hier ist kristall kristall das brauchen wir doch die ganze zeit zum austaueproblem habe ich gerade auch kein kristall mit ich habe ich habe voll viel hier wie heißt es gewicht gewicht hast du warte muss man gleich mal gucken ich habe 1662 ja gut ich bin knapp bei den 1000 jetzt habe ich 1700 und mein und mein viel hier hat mein viel hier hat glaube ich fast 3000 gewischt und ich bin so wird nur ich arbeite noch immerhin einer von uns soll ich probieren mit deinem Vieh Ja, ich muss ja auch, wie komm ich dann hoch? Ich, ich, ich komm dann wieder runter, wenn nicht, falls ich oben ankommen sollte. Ich bin komplett runtergesprungen. Fuck. Jetzt geht's, oder? Der macht so komische Dinger, das Typ, umfieh. Oh, bleib doch mal oben jetzt. Hey, vorhin ist gerade eben so, bin ich in die Wand hochgekommen. Jetzt ist es nur mit viel zu blöd, die Wand zu splittern. Ich komm auch noch mal runter. Der Anima! Nimm doch mal Krupp an... Saalte, Herzinfarkt, wenn man denkt, man stirbt. Ich bin gerade von ganz oben runtergesprungen, wo bin ich gelandet auf der anderen Seite bei der Klippe? Nein! Doch! Ich dachte, ich hätte mich festgepackt. Oh, Gott sei Dank, nicht. Oh! Hä? Jetzt häng ich auf einem anderen Stein fest. Das ist der Nachteil an dem Vieh. Das hängt sich einfach an alles dran. Sehr anhängig. Badumss. Badumss. Ein bisschen anhängig. Ein bisschen anstrengend, das Tier. Ich stelle mir gerade vor, wie man sich bei anderen Menschen an den Rücken festhalten kann. Kommst du da so in der Schule an und kreizt dich mit diesem Dino erstmal so an den Rücken von irgendjemandem. Nee, das ist nahblutend, töt' ich. Er tut unschuldigen kleinen Dingern was. Damit ich sie töten kann. Für die Level. Ähm, Nick? Ach, nee, doch nicht. Okay, nee. Nick läuft bei mir durch die Luft. Ja, du bist jetzt bei mir da oben. Die Leute haben einfach was aktiviert. Ein Hacker. Diese scheiße hat ein Hacker von heute, ne? Ach, ja. Ja, immer diese Hacker, Alter. Unglaublich. Er schwebt davon. Und er schwebte von der Dannen. Das Bild ist also auf der falschen Seite. Deswegen bin ich ihm schon hinterher. Wie, Arbeiten wir vielleicht? Ey, das ist nicht der falsche Weg. Ich weiß gar nicht, wo muss man hin? Nicht ohne. Ich habe gerade keine Ahnung. Hier vorne ist unser Fluss. Hier, guck mal, wo ich bin. Ja, warte, ich level kurz einmal. Ja, bist du. Ich möchte nicht, dass er einfach... Ja, das bin ich. Hi. Das ist so dumm, Alter. Das ist das exaktiviert, wenn man viel so blöd ist, was man hinkriegt. Jetzt haben wir jetzt wieder unten. Ja, weil es ja geradeaus weiterging. Oh Gott. Dieses Gefühl, dass du einfach über die Runde jumpen kannst. Oh, nee. Und da an der Seite ist auch noch ein Messer einfach fliegen. Hier ist doch gar nicht unser See. Nee. Nee. Nee, das ist er nicht. Hier auf der Karte. Guck mal hier, wenn wir doch jetzt, wenn du jetzt auf die Karte guckst, nee, guck mal, ganz da oben, dieser Runde See ist, ist das nicht unser? Ganz da oben? Ich weiß es nicht. War etwas größter. Scheiße. Passt von mir. Wir müssen uns an der Burg orientieren. Wo ist die Burg? Warum willst du sich denn an der Burg orientieren? Nein. Richtung grünen Turm müssen wir mal. Ja, genau. Aber ich habe nur gerade wieder mein Gewicht etwas verringert. Du kannst Minusgewicht haben. Nee. Er hat es einfach nur gelevelt und hat auch noch Platz. Eigentlich tue ich keine Shields kurz auf Hardcore einsetzen, aber wenn es nicht funktioniert, dann muss ich es halt machen. Ich habe nur wieder die Tonnen an Fleisch, die ich dabei hatte. Etwas weniger werden lassen. So, jetzt sind wir hier. Oder wo geht es lang? Seid ihr eigentlich gerade? Ja, aus der Richtung kamen wir mal. Super, wir haben uns verrannt. Also gehen wir jetzt einfach zum Punkt zurück und leben dort wieder. Nee. Ich meine. jetzt kommen wir doch ohne Probleme hoch und runter. Ja. Jetzt. Aber jetzt ist es zu spät. Kommt mal hoch hier. Ich bin schon unterwegs. Ich seh die Borg aber auch nicht. Guck mal, hier macht das. Guck mal, hier macht das du mit Vieh das. Das verstehe ich nicht. Hier macht das bei den Steinen. Hi. Und? Hey, ist das hier nicht auch das Gebiet, wo die Wölfe kommen? Keine Ahnung, warte mal. Glaube ich schon. Aber wir sind doch die Wölfe. Hö, 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 Hö. Der Stech-Wolf-Army. Herzchen. Ähm. wo ist die basis könnt ihr die box sehen wo gehst du hier ganz in der näher also naja nicht ganz in der näher aber wir müssen hier wieder rein in die highlands jona jetzt macht das komische viel das alles jetzt wieder nie ich würde sagen wir müssen mal hier hoch so ich bin jetzt oben jetzt gehen wir noch weiter höher bei dem berg hier wo ich jetzt bin da waren wir doch vor auch sie müssten schon so gar nicht drin in dem gebiet vorhin da hinten ist er angeblich unser ne also hier oben war ich schon mal da habe ich nämlich gerade das viel getötet ok da gibt es eine out of map die vier sind so komisch manchmal zu steuern ich hab hier oben gerade eine ganz gute aussicht Wir werden ihn ewig vermissen. Wir werden ihn ewig vermissen. Wir kommen jetzt hier komplett hoch ohne die scheiß Sprünge hier. Ach du bist doch. Juhu. Komm mal zu... Genau, wir gehen jetzt mal hier lang, wo es Nick langläuft. Das müsste so der richtige Weg sein. Hier einfach so mal über die Fläche lang. Wir müssen uns eigentlich an diesem riesigen Wald orientieren. Kommt Gio? Oder Nico will zählen. Ich will hoch. Ich was Hures. Ja, wir sind nach oben! Jaaa! Ja man! Nach 3... Nach 3 Minuten haben wir geschafft. We did a pretty good job! So man! Denk mal an dein Vogel kriegt Messer. Oh Gott. Ich will doch miss. I guess we never miss, huh? Hm. Gut. Okay. Kommen sie hinterher? Ja. Ja, bin unterwegs. Ey. Ist das hier was doch? Hier ist doch. Wirklich? Ja, hier ist es doch. Hier ist es doch. Wo? Hier. Da. Ja, das ist es doch. Gott sei Dank, ey. So, ich hab noch ein bisschen Altmetall und Elektronik gekriegt. Jaaa! Wir haben unsere Basis gefunden. Endlich! Wie steht ein Dodo-Trakt? Wie steht ein Dodo im Wasser? Nein! Im Wasser steht noch Tiffany! Ich werde dir voll den Dodo verloren. Achso, den hast du verloren. Dodo kommt zu mir. Das ist dein Dodo. Na, ich weiß. Ja, dieser Dodo wird kein leichter sein. So, ich komm nicht sofort mal wieder. Ich geh mal nachher. Schnell kannst du es mal für kleine Tiger. Es ist ein bisschen einfach für kleine Wölfchen. Okay. Wait, wo ist mein Petri hin? Wo ist meiner hin? Wo ist mutierte Fliege? Ich seh die da. Die ist doch. Ach, hier ist mutierte Fliege. Ich werde immer noch von dem Scheiß Dinosaurus angegriffen. Warum? Bin ich etwa überladen? Mein Charakter? Der hat so viel. Der hat so viel. Der hat so viel. Okay, ich hab zu viel. Ähm, Krim hat ein Quiesel Kristall abnehmen. Ähm, Messer, du brauchst doch das Kristall, weil du die Werkstatt hast. Biss nö. Messer? Ja? Biss nö. Du brauchst doch hier, ich hab doch hier Kristall. Das brauchst du doch hier für deine Werkstatt. Boah, der hier, der, der Level 55er, der zweite von mir sieht aber auch geil aus. Das ist Messer seiner, oder? Wiss ich nicht. Meiner heißt, dass der hier in der Hütte oben ist. Meiner ist unbenannt. Ach ja, stimmt. Dann ist es... Zombiesiner? Nee, Zombiesiner ist Demon. Ach nee, da haben wir... So, das war noch einer von dem Ausgeschlüpfenen da. Ah, den kenn ich noch nicht. Bist du bei der Basis? Ich schwimm grad zu meinem Petri, weil der alle Rohstoffe hat. Ich komm zu dir. Ach so, da bist du. Nee, ich hab mein Dinosaurus. Perfekt. Was zum Name? Dinosaurus, ne? Dinosaurus, ne? Wie viel Gewicht hast denn du selber? Weil... Kann ich das alles voll, weil ich in alles reingeschmissen habe? Damit ich die scheiße... Ja, 1200 ist ein bisschen wenig. Ähm... Nee, kannst du mir ein bisschen Kristall abnehmen? Oder irgendjemand? Ähm, Kreis. Gerade schwer. Ich muss unbedingt mal einen Schrank... Ich muss unbedingt mal anfangen mit Schränke bauen, weil ich komm nicht... Ich bin zu schwer. Ja, wer baut denn das Lager? Ich? Aber ich hab ja auch keine Schränke gebaut. Ich wollte erstmal auch hier so... Der Lager typisch schwer. Ja, ja. Ich bin schwer. Ich kann's auch kaum glauben. Na komm, dann hau ich halt ein bisschen Kristall weg, ey. Och nee, ich kann Steine weghauen. Nö, die Kristalle nimmt so viel Platz weg. Oder hab ich genug Dings für einen Schrank? Nö. Mir fehlt Stroh und Holz. Sehr schön. Aber die Viehle sind richtig geil. Ach, dann tue ich halt mein... Eisen und so... Ich mein Ding ins... Hey, der Lager 193, was er mal noch. Tue ich da einfach... Das Zoll rein. Das Zoll rein. Ich zieh kann auch viel laden, hier. Also, wer was zum Essen braucht, ist im Petry von mir genügend Fleisch drin. Ähm, ja. Ich muss hier... Ich wollte gerade fragen, wer kocht das Fleisch, aber... Ich bin ja... dafür verantwortlich. Wie Petry alles? Ah, geil. Nee, ich hab grad gemerkt... Der mit der Küche hat kein Fleisch, ey. Wie geht denn das? Und... Meine Sorge, ich mach gleich noch weiter. Ja. Ich brauch einfach mal einen. Petry? Um mir Holz zu holen. Und Stroh. Ihu, endlich weiter bauen. Ja. Ich hab mir vergessen immer noch bei mir Leder raus. Jetzt hab ich vergessen, weiter zu bauen. Oh Gott. Sie werden mal drauf. Am Stein. Was hast du? Bock weiter zu bauen? Ja. Ich baue gerade weiter. Mach ich auch gerade. Bei mir sieht das so scheiße aus, weil die... Weil das Gras rein wächst. Das... Ja, dann macht doch das Gras weg. Wie? Wie? Y. Ja, mit der Hand. Einfach abärmen. Hättest du's vorher wegmachen müssen. Das hab ich auch gemacht. Ich mein nicht das Gras, ich mein den Berg. Den muss ich abbauen. Na, dann brauch ich noch ab. Boah, ich brauch Wut. Ah, ich hab das Wut geholt. Ach so. Und ich brauch ein bisschen Holz. Warte mal, wie viel hab ich jetzt hier? Na gut, hab ich genauso viel. Passt. Bei der... ich glaub wir haben... Und bei der... ich glaub wir haben nicht bei allen Nestern die Eier rausgenommen. Aber sonst... Ja, wir haben doch genug... Scheiß drauf. Nee, weil ich auch wieder... Vorhin wieder angegriffen wurde von den Scheiß... Du kannst nicht mehr, Saulus. So. Holz fehlt Stroh auch? Einen Moment, ich werd angerufen. Oh Gott, damit. Hallo Mama, hier ist der Cliff. Oh, hi. Hm, wer war's? Das hab ich. Ah, das war auch nicht lustig. Hm. Ich weiß. Ein... ein Moment. Ich brauch Holz. Warum gibt's da so wenig Bäume? Warum gibt's da so wenig Bäume? Nick ist wieder... Ich bin zu Nick. Scheiße. Ja? Äh, sorry. Nee, komm ich jetzt hier. So, hier geht's doch nicht tief runter. Guck mal, ob ich überlebe. Guck mal, ob ich überlebe. Ja, easy. Na. Zurück. Ah, hier geht's nächstens. Oder auch nicht. Ach, doch da hinten. Yes. Ich brauch wieder Holz. Ich auch, Junge. Die Bäume sind einfach so weit weg. Bist du scheiße? Na ja, ich weiß ja mal einen Punkt, wo ich mal Holz hole. Ach mal, wieso kann man nicht mit Minecraft einfach neue Samen hinsetzen? Ach. Ja, die Bäume sollen eigentlich schnell nachwachsen, aber irgendwie machen sie das nie. Ah. Wenigstens die Bäume. Okay, die Steine hoch. Oh. Sorry. Wände machen. Sehr witzig. Ich komm wieder und bin unter Wasser und ertrinke grad. Ach, 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 ach. Oh Gott. Wow. Sind ich dran schon? Gott, ja. Genau. Ich hab nix gemacht. Nee, du bist absolut steckig. Nee, der Witz ist, ich wollte eigentlich annehmen. Was passiert? Ich drück auf ablehnen. Fuck. Beim Anruf. Ja. Nice one. Nice. Richtig nice. Richtig nice. Aber was würde, wie würdest du denken, wenn du jemand anrufst, der dich einfach wegdrückt? Weißt du? Lass mich verarschen. Verarschen. Der wird gleich umbringen. Nee, Spaß. Ja, du weißt. Aber du weißt, was ich meine... Ah, klar. Na, goddamnit. Ach, scheiße, wie soll ich jetzt hier runterkommen? Nick, du hast scheiße gebaut. Hey, warum? Ich bin doch wieder unten. Ja, aber ich nicht. Ich hab ja hier kein Vieh. Wenn ich hier runter springe, bin ich mir tot. Der Che-Che ist nach oben. Der Che-Che ist nach oben. Ich und mein Che-Che. Ich und mein Che-Che. Oh, ne? Ich hab's überladen. Ne! Nein! Ich T-Bäcker euch, alle! Ich schweige! Nein! Oh, warte, 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 vielleicht mit einfach's Glück! Ich bin im Boot! Ich mach' nicht... Wir sind zu schwer! Ich war' immer gefallen! Nein! Unt! Oh, ich bin nicht gestorben, als ob! Als ob ich bin nicht gestorben. Komma, das war alles perfekt geplant! Ja, das war alles geplant, oder? JT. Bester Mann. Okay, wir brauchen die noch übern. Ich hab mir so einen Knochen gehofft bekommen. Da eben bin ich stabil. Ich hab mir nicht mal einen Knochen gebrochen. Soll ich den Knochen brechen? Ach, lieber nicht. Ich will meinen Inventor noch behalten. Spring! Soll ich dir den Knochen im Ohr brechen? Der kleinste Knochen im menschlichen Körper. Very nice. Dafür hab ich leider gerade zu viel gebraucht. Yes, ich bin wieder bei meiner Hütte. Endlich. Mit neuen Rohstoffen. So muss das. Na ja, hört's klopfen aber bitte auf. In der Haft. Ah ja. Ey. Ähm. Y. Danke. Ach. Schöne Wende beißes mal vorhanden geht. Vor allem, ich habe aus Versehen weggedrückt. Eigentlich war ich, deshalb habe ich mich auch ein bisschen so gestorben, weil ich ein bisschen Musik höre. Mal gucken mal, das braucht nicht ganz hören. Hier. Und ich wollte gerade Musik wechseln, aber ich habe Ablehnen oder halt. Jetzt ist es auch noch Nacht, ey. Sagbar auch nicht. Das nennt man Karma. Das, äh, ja. Metall, haben wir hier. Steinwände? Ja. Alter, kann ich viele Steinwände machen, holy shit. Und es war einer dieser Wände. Einer dieser Wände. Einer dieser Wände. Ich habe jetzt 25 Wände. Das wird ja wohl überhaupt nicht. Ne, das wird nicht reichen. Scheiße. Was wolltest du sagen? Äh, nix. Ich brauche eine Treppe, fällt mir gerade ein, damit jemand leichter an die Tür reinkommt. Was braucht man denn für eine Steintreppe? Musch erstmal lernen. Loll. Durch meine Tür kann man nur kommen, wenn man sich duckt. Willst du mich verarschen? Ach, das kenn ich. Das kenn ich. Naja, wenigstens kennt es keiner. Kann deine Probleme verstehen. Ja. Bei mir kommen nur Zwerge rein. Ja, schon wieder Stein. Okay, Stein gibt es hier zumindest überall in der Umgebung, Gott sei Dank. So, ich habe jetzt 25 Wände. Läuft. Ich weiß nicht mal, was ich hier gerade zusammenbaue, aber wird schon. Hm. Das ist aber nicht so gut, wenn du es nicht weißt. Oh ne. Eigentlich wollte ich so eine Werkstatt mit einem Balkon bauen, aber das Spiel sagt, ne wir machen nicht Platten. Ach hier. Alles drin muss grün sein. Ähm. Licht. Oh. Jetzt bleib stehen. Hier. Scheiße. Was machst du denn auf deinem Haus, Zombie? Ey, wenn ich jetzt hier eine Steinwand habe, eine... Drauten bleiben, hat nichts von Haus zu suchen. Wenn ich jetzt nur eine Steinwand gemacht habe und da ist ein Dach drauf baut, dann kann ich... Ich kann auch ganz gemütlich hier bei dem Ding wohnen. Stehen, oder? Kann ich da drinnen noch stehen? Jetzt bleib auf dem Scheiß-Ding stehen. Danke. Meine Güte. Dodo sind anstrengend. Ne, so lange ich noch nie komme, ich bin noch nie fertig mit dem Bauen. Deswegen... Das ist noch da oben. Noch ein bisschen so. Ich mag gerade die Feinarbeiten. Ach... Ich war auf dem falschen Knopf. ... 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